Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde und vor allem liebe Gäste aus Kenia, Uganda, Aserbaidschan und Indien. Herzlich willkommen hier bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung zu unserer gemeinsamen Veranstaltung. Das ist eine, wie ich finde, auch wunderbare Koproduktion zwischen Amnesty International, Brot für die Welt und der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Idee ist entstanden, ziemlich schnell nach einem Treffen hier in der Stiftung, wo sich Umwelt, Entwicklungs-, Frauenrechts-, Menschenrechtsorganisationen getroffen haben, um sich zu dem Thema Shrinking and Closing Spaces, also eingeschränkte Handlungsspielräume für Zivilgesellschaft ausgetauscht haben. Und wir finden, dass es höchste Zeit ist, dass wir auch hier in Deutschland maximale Öffentlichkeit herstellen, zu dem, was weltweit passiert, nämlich Zivilgesellschaft massiv unter Druck zu setzen. Und wir alle, alle drei Organisationen und viele mehr in Deutschland mit ihren vielen Partnerinnen weltweit sind genau davon betroffen, was ich kurz auch nochmal ausführen werde, wo wir sehen, dass Zivilgesellschaft weltweit unter Druck kommt. Ich möchte aber jetzt zunächst ganz, ganz herzlich Henry T. Fein ganz besonders gratulieren zur Verleihung des Amnesty Menschenrechtspreises. Sie hatten eine schöne Preisverleihung vorgestern, aber nochmal Gratulation und Danke an Amnesty, dass er diesen Preis verleiht. Es ist jedes Jahr nur einer dran, aber Henry T. Fein hat es ganz bestimmt besonders verdient. Ich möchte mich auch, was die Kooperation betrifft, ganz besonders bei unseren Mitarbeiterinnen bei Amnesty, Brot für die Welt und Heinrich Böll Stiftung bedanken. Diese Veranstaltung ist relativ kurzfristig zustande gekommen und für die Heinrich Böll Stiftung möchte ich die Gelegenheit nutzen. Dir, Jana Prosinger, heißt du mit dem Nachnamen. Dir, Jana, ganz, ganz herzlich Danke zu sagen, weil du hast einen maßgeblichen Anteil daran, dass diese Veranstaltung hat stattfinden können. Danke dir. Ja, Repression und Unterdrückung vor allem einer lebendigen und emanzipatorischen Zivilgesellschaft ist nichts Neues. Es hat es immer in der Geschichte gegeben und es hat es in Ost, in West, in Süd gegeben. Was aber seit einigen Jahren wir erleben, wie Zivilgesellschaft weltweit unter Druck gerät, hat aus unserer Sicht und aus meiner Sicht eine neue Qualität. Wir sind auch als Heinrich Böll Stiftung betroffen. Wir haben über 30 Büros in Asien, Afrika, Lateinamerika, dem Nahen und Mittleren Osten. Ich bin seit 14 Jahren Vorstand mit, gemeinsam mit Herrn Fuchs von dieser Stiftung und wir erleben in einem nie gekannten Ausmaß fast auf einer täglichen, wenigstens wöchentlichen Basis, was es bedeutet, wenn Zivilgesellschaft in Gefahr gerät. Wir sind die politische Stiftung, die sehr intensiv mit Zivilgesellschaften, mit Umweltaktivisten, Menschenrechts- und Frauenrechtsakteurinnen kooperiert und wir spüren es mehr oder minder täglich, wie der Handlungsspielraum für Zivilgesellschaft schrumpft, wie Zivilgesellschaft durch Regierungen unter Druck gerät, eingeschränkt wird, eingeschüchtert wird und diffamiert wird. Es sind eben eine Vielzahl von Regierungen, ob autoritär, hybrid oder demokratisch, denen eine kritische und emanzipatorische Zivilgesellschaft nicht nur ein Dorn im Auge ist, sondern sie bekämpfen sie in einem Ausmaß, wie wir das in den letzten 25 Jahren nicht erlebt haben. Regierungen gehen mit ganz unterschiedlichen, aber einem ganzen Bündel von Maßnahmen gegen Zivilgesellschaften vor. Gesetze, das ist ja auch noch das perfide, dass über Legalität mehr oder minder Zivilgesellschaft unterdrückt werden. Gesetze spielen eine ganz wesentliche Rolle. Es sind eben nicht nur die weltweit mehr als 60 NGO-Gesetze, die Direktzivilgesellschaft da, wo sie professionalisiert als NGO ist, angeht, sondern wir erleben, dass diese Handlungsspielräume für kritische Zivilgesellschaft auch über Mediengesetze, über Sicherheitsgesetze, über Antiterrorgesetze eingeschränkt werden, weshalb es auch eine Aufgabe ist, von uns allen nicht nur uns diese NGO-Gesetze, die es überall gibt, anzuschauen, sondern eben auch das breite Spektrum von Gesetzesinitiativen, die die Handlungsspielräume einschränken. Wir erleben aber nicht nur Gesetzesinitiativen im großen Umfang, wir erleben vor allem auch die Diffamierungs- und Hetzkampagnen, die oft über gleichgeschaltete Medien lanciert werden. Diese Hetz- und Diffamierungskampagnen haben vor allem zum Ziel, Nichtregierungsorganisationen, Zivilgesellschaft zu delegitimieren. Delegitimieren bedeutet unter anderem zu sagen, ihr seid Agenten des Westens, ihr seid ihr Verstoß gegen unsere Werte hier, unsere lokalen Werte, ihr importiert westliche Werte. Das sind Diffamierungskampagnen und das ermutigt eben leider auch nicht nur staatliche Organe mit Repression gegen Zivilgesellschaft vorzugehen, sondern leider auch viele individuelle Akteurinnen und Akteure. Und ich finde, ein ganz besonders schlimmer Fall ist hier Bangladesch, wo wir in einem Ausmaß Morde erleben gegen Bloggerinnen, gegen Journalisten und Journalistinnen, wie es kaum vorstellbar ist, weil das eben dann zum Teil Individuen sind, die kritischen Bloggerinnen vor den Toren der Universität auflauern und sie ermorden auf brutalste Art und Weise. Wir erleben aber natürlich auch staatliche Repressionen und Gewalt durch Geheimdienste, durch Polizei und da vor allem auch, wo es um ökonomische Interessen geht, durch private Sicherheitsdienste. Jedes Mal ist das Ziel dasselbe. Menschenrechtsaktivistinnen, Menschenrechtsverteidigerinnen, Frauenrechtlerinnen, Umwelt- und Sozialakteure sollen eingeschüchtert werden, delegitimiert werden und sie werden eben mehr und mehr, ich habe die Beispiele genannt, brutal verfolgt, verhaftet und leider auch getötet. Diejenigen, dazu gehören wir auch, die diesen Trend beobachten, sagen alle, dass wir es nicht mit einem temporären Phänomen zu tun haben, sondern mit einem langfristigen Prozess und ich möchte hier eigentlich nur ganz, ganz kurz vielleicht zwei oder drei Gründe nennen, warum wir es mit diesem Trend zu tun haben. Ein großer Trend sind sicherlich die globalen Machtverschiebungen, die globalen Machtveränderungen. Wir erleben mit den Emerging Markets aufstrebende Ökonomien, auch im globalen Süden, die alle für sich reklamieren und auch neue Akteure damit in der Entwicklungspolitik, die für sich vor allem, was ihre nationale Souveränität angeht, reklamieren. Wir möchten selbstbestimmen darüber, wie wir mit unserer Zivilgesellschaft umgehen. Da muss man einfach im Kopf behalten, dass eine Vielzahl von Regierungen sich nicht mehr daran erinnert, dass sie auch an Völkerrecht gebunden sind. Menschenrecht ist Völkerrecht. Umweltrecht ist in vielen Teilen Völkerrecht und dieses Menschenrecht ist als Völkerrecht verbietet eben unter anderem so massiv gegen Zivilgesellschaft vorzugehen. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte garantiert Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter. Das sind Grundrechte, die auch in vielen Verfassungen übrigens einzelner Länder durchaus verankert sind. Und dieses Problem auf die eigene Souveränität zu pochen und dann gleichzeitig mit nationalen Gesetzen kritische Zivilgesellschaft zu verfolgen, das ist aus unserer Sicht natürlich nicht legitim. Und eine unserer Gegenstrategien muss es auch konstant sein, dass wir die Regierungen daran erinnern, dass sie Völkerrecht unterschrieben und kodifiziert haben. Ein ganz, ganz großes Argumentationsmuster der Regierungen weltweit ist, dass sie den Vorwand für innere Sicherheit zu sorgen oder Terror zu bekämpfen. Kritische Köpfe gleich alle mit mundtot machen. Der Generalverdacht der inneren Sicherheit versucht oder der Terrorbekämpfung versucht offensichtlich alle repressiven Maßnahmen zu legitimieren, die wir kennen. Und das sind wirklich Argumentationsmuster, die nicht nur autoritäre Regime nutzen, sondern auch semi-autoritäre, hybride Regime und auch eine Vielzahl demokratischer Regime. Die Reaktion, die wir hier erleben von Regierungen, hat eigentlich aus unserer Perspektive einen sehr guten Ausgang. Weltweit können wir feststellen, dass Proteste gegen politische Willkür, gegen Korruption, gegen Landvertreibung, gegen Infrastrukturprojekte, die Menschenbeteiligungsrechte entzieht, zunehmen. Die Massivität der Proteste, vor allem auch gegen Bergbau, gegen Landraub, nehmen weltweit zu und vor allem auch die gegen, wie gesagt, politische Willkür und Korruption. Die politischen und ökonomischen Eliten reagieren darauf. Sie sehen ihre Macht bedroht durch diese sozialen Proteste und nehmen eben, wie ich schon sagte, all diese Argumentationsmuster zum Vorwand, jeden Protest und jede Organisationsform auch im Keim zu ersticken. Dass eine Rolle spielt, dass wir uns als Zivilgesellschaft auch gerade durch digitale Medien noch besser vernetzen können, ist ein weiterer Grund dafür, warum vor allem auch mit Internetgesetzen und Mediengesetzen ganz rigide vorgegangen wird, um eben jegliche Gegenöffentlichkeit weltweit zu verhindern und vor allem auch die Organisation und Vernetzung zu verhindern. Das als ein paar wenige Gründe. Wir als Heinrich-Böll-Stiftung gehen hin und benennen dieses Thema der eingeschränkten Handlungsspielräume der Zivilgesellschaft unter Druck in allen politischen Gesprächen, ob im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ob im Auswärtigen Amt, im Parlament. Ich bin sehr froh, dass Bündnis 90 die Grünen einen parlamentarischen Antrag zum Thema Zivilgesellschaft unter Druck auf den Weg gebracht haben. Wir müssen alle gemeinsam das Thema der Zivilgesellschaft unter Druck und Gefahr auf die Tagesordnung setzen. Wir müssen in die Medien gehen. Wir tun das als Heinrich-Böll-Stiftung sehr umfänglich. Wir haben Hintergrundpapiere auf der Website, wo Sie Beiträge finden können. Ich selbst, das darf jetzt noch erlaubt sein am Ende, habe einen Hintergrundbeitrag zu den Ursachen für diesen Trend geschrieben. Der liegt draußen, den können Sie sich mitnehmen. Wir haben eine Demokratiebroschüre veröffentlicht, die darlegt, mit welchen ethischen und grundsätzlichen Werten, demokratischen Werten wir in aller Welt arbeiten. Wir brauchen als Zivilgesellschaft massiv gegen Strategien viele Unterstützerinnen und Unterstützer. Und ich freue mich einfach, dass wir heute Abend aus so vielen verschiedenen Ländern Beispiele hören werden. Hoffentlich auch mit Beispielen, die uns belegen, dass sich zu wehren sich lohnt. Dass wir nicht aufgeben dürfen, was hier als weltweiter Trend zu beobachten ist. Und in diesem Sinne wünsche ich uns jetzt allen einen guten, produktiven Abend mit viel Information und vielen Ideen, wie wir uns zur Wehr setzen gegen diesen erschreckenden Trend der eingeschränkten Handlungsspielräume und der Repression gegen Zivilgesellschaft. Vielen Dank. Ich bin davon ausgegangen, dass alle wissen, dass ich nicht Barbara bin. Vielen Dank, Barbara. Vielen Dank auch für die Einleitung. Ich finde übrigens den Beitrag, den du geschrieben hast, sehr, sehr lesenswert. Also bitte nehmt ihn alle mit, um eine kurze Werbung dafür zu machen. Wir haben noch nicht so ein tolles Hintergrundpaper von Amnesty. Aber ich kann schon sagen, dass wir eine globale Kampagne gerade vorbereiten, die sich genau darauf bezieht. Die wird nächstes Jahr anfangen und sie wird heißen Shrinking Space for Human Rights Defenders. Und das wird eine globale Kampagne sein, wo jeder mitmachen kann und jeder mitmachen sollte. Ich möchte im Namen von Amnesty International sie alle ganz herzlich begrüßen. Und für uns ist diese Woche ganz besonders, weil wir haben einen speziellen Gast zu Besuch, nämlich Henry Tiffane, einen unserer Panelisten. Das ist unser diesjähriger Menschenrechtspreisträger, der achte in dieser Reihe. Und der Preis ist für uns als globale Menschenrechtsorganisation sehr, sehr wichtig, weil Henry dadurch, wenn er zurück nach Indien geht, sagen kann, Amnesty steht jetzt hinter uns. Und Amnesty hat durch seine Größe und durch das, was wir tun, ein globales Gewicht und wird Henry hoffentlich einige Türen öffnen in Indien. Aber einige Türen sind, glaube ich, auch schon in Deutschland für ihn aufgegangen, die ihm sehr, sehr nutzen werden. Zum Beispiel einen Verbund von 140 Juristen haben Henry ein Solidaritätsschreiben überreicht auf einem unserer Treffen. Und das heißt, Entschuldigung, 140.000, ich habe 140 gesagt, ne? Ja, ja, 140.000 Juristen und Juristinnen, die Henry ab jetzt unterstützen werden. Das heißt, wenn Not an Mann oder an der Frau ist, weiß Henry, wenn er anrufen muss. Und genau deswegen vergeben wir diesen Preis, weil es genau diese Türen öffnet, die es vielleicht in Indien nicht öffnen würde. Und das wird ihm hoffentlich auch ein bisschen mehr Sicherheit verschaffen. Henry verteidigt seit mehr, seit zwei Jahrzehnten Menschenrechte in Indien. Und wie schwierig seine Arbeit ist, wird er ihnen sowieso selber gleich berichten. Seine Organisation, Organisation People's Watch, ist bei Weitem natürlich nicht die einzige NGO, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Regierungen auf der ganzen Welt, genauso wie Barbara eben gesagt hat, finden immer neue Mittel. Und inzwischen sprechen sie sich sogar untereinander strategisch ab, wie man am besten Menschenrechtsverteidiger, Menschenrechtsverteidigerinnen, unliebsame NGOs mundtot machen kann. Und nicht nur über Gesetze, aber natürlich auch über Gesetze, aber auch über die alltäglichen Einschüchterungen und Bedrohungen. Unter anderem zum Beispiel auch der Familie, wenn man sich aktiv für Menschenrechte einsetzt. Und so wie ich das erlebt habe, ist der Angriff auf die Familie eines Menschenrechtsverteidigers oder einer Verteidigerin aus meiner Zeit im Kongo und in Afghanistan, weiß ich, dass das die empfindlichste Stelle ist. Noch nicht mal die Person selber fühlt sich als ausgesetzt und bedroht, sondern wenn die eigene Familie bedroht wird. Es gibt sehr viele Beispiele für Repressionen gegen Menschenrechtsverteidigerinnen. Eins wird Sie vielleicht aber überraschen. Das ist ein Beispiel aus Deutschland. Im April 2014 hat das Finanzamt Frankfurt dem globalisierungskritischen Verein Attac den Status der Gemeinnützigkeit entzogen und damit faktisch diesem Verein auch den finanziellen Boden entzogen. Und als Begründung haben die Behörden angegeben, dass die Arbeit des Vereins zu politisch sei. Das ist ziemlich bemerkenswert, weil in der Konsequenz heißt, dass NGOs hier in Deutschland dürfen sich nicht politisch äußern oder agieren, unbequem sein und Regierungshandeln infrage stellen. Dabei ist aus unserer Sicht gerade der Beitrag von NGOs so maßgeblich für die politische Willensbildung. Für uns als Menschenrechtsorganisation ist klar, dass der Schutz der Menschenrechte oder das Engagement gegen die Diskriminierung oder für soziale Gerechtigkeit, aber auch wie der Einsatz für Umweltschutz gemeinnützig sein muss. Das ist es zurzeit noch nicht. Deswegen haben wir uns dort zu einer Allianz zusammengeschlossen und wir werden darum kämpfen in Deutschland. Politische Beteiligung ist, wie Barbara eben sagte, durch grundlegendste Menschenrechte festgeschrieben. Das ist die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und die Vereinigungsfreiheit. Das sind nur einige wenige Beispiele und ich erinnere immer wieder gerne daran, Menschenrechte sind kein relatives Konzept. Menschenrechte sind nicht nur Werte. Menschenrechte sind Normen und diese Normen stellen für Regierungen die Pflicht dar, sie umzusetzen und sie zu gewährleisten. Ganz unabhängig davon, also von dieser gesetzlichen Ebene, was Menschenrechte bedeuten, möchte ich Ihnen vor Augen führen, was in der Konsequenz es bedeutet, wenn die Zivilgesellschaft immer mehr depolitisiert wird. Erstens, Zivilgesellschaft ist ein wichtiges Kontrollinstrument für Regierungshandel. Das sehen wir auch hier in Deutschland. NGOs müssen unabhängig sein, um Menschenrechtsverletzungen aufzudecken und Übergriffe auch zu dokumentieren. Sie müssen dies ohne Gefahr an Leib und Leben veröffentlichen und sagen dürfen. Zweitens, Zivilgesellschaft ist ein wichtiges Beratungsorgan für Politik, weil NGOs bringen sehr weite Fachexpertise mit, beim Verfassen von Gesetzen zum Beispiel oder auch von anderen Regierungsinitiativen. Drittens, Zivilgesellschaft ist ein Forum verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. Also gerade dieses Forum ist für kleinere Gruppen, diskriminierte Gruppen, zum Beispiel für Frauen oder für Dalit oder Menschen, die total arm sind, für die sind diese Plattformen wichtig, um ihre eigenen Interessen dort einbringen zu können und Gehör zu finden. Das sind Menschen, die haben keine Lobby. Sie haben keine politische Lobby und sie haben kein Geld. Deswegen ist das der Weg für sie, um überhaupt mit ihren Interessen durchzudringen. Was passiert, wenn all diese Funktionen unterdrückt oder unmöglich gemacht werden? Wir werden erleben, dass unsere Gesellschaft von noch größeren Ungleichheiten geprägt wird. Das ist das eine. Und die Unterdrückung von friedlicher Beteiligung wird zu politischer Instabilität führen. Potenziell wird sie aber auch zu gewaltsamen Konflikten führen und für mehr Unsicherheit sorgen. Zum Beispiel Syrien. Das ist uns allen bekannt, dass der Bürgerkrieg seit fünf Jahren tobt, die Weltgemeinschaft mehr oder weniger weggeschaut hat und wir jetzt mit dem unfassbaren Leid von sehr vielen geflüchteten Menschen konfrontiert sind. Begonnen hat das alles mit friedlichen Protesten. Ein zehnjähriger Junge hat einen Slogan an die Wand geschrieben, dass Assad weg soll. Daraufhin wurde er festgesetzt und daraufhin haben Väter sich eingesetzt und gegen die Regierung mobil gemacht, um ihre Kinder herauszuträgen. Und daraus hat sich das entwickelt, was wir heute mit unfassbarem Blick anschauen müssen. Wir fordern von den Regierungen, dass sie repressive Maßnahmen gegen Zivilgesellschaft im eigenen Land beenden. Und die wichtige Arbeit von Menschenrechtsverteidigern und Verteidigerinnen muss endlich legitimiert und anerkannt werden, statt bekämpft zu werden. Es muss aus unserer Sicht ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden, der sicherstellt, dass NGOs überhaupt arbeiten können. Menschenrechte und politische Interessen dürfen auch nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das ist auch etwas, was wir immer wieder beobachten, was uns immer wieder gesagt wird, wenn wir ins Auswärtige Amt gehen. Weder im Inland noch im außenpolitischen Handeln darf das gegeneinander ausgespielt werden. Warum ich das sage? Menschenrechte werden immer untergeordnet, weil man zum Beispiel befreundete Regierung nicht in Verlegenheit bringen oder Wirtschaftsbeziehungen nicht gefährden möchte. Für das erste Beispiel befreundete Regierung ist das Stichwort Guantanamo, USA. Strafrechtliche Verfolgung von Folter auf Guantanamo, die bis heute nicht stattfindet und wahrscheinlich auch nie stattfinden wird. Und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Usbekistan, auch mit unserer großen Kampagne Stopp Folter, haben wir darauf hingewiesen. Wir sind kein Stück weiter gekommen, was Usbekistan angeht. Menschenrechte dürfen nicht untergeordnet werden, weil ein anderes Ziel gerade opportun scheint. Auch das Beispiel mit dem Deal zwischen EU und der Türkei, der die Abwehr der Festung Europa noch weiter stärkt und dabei gleichzeitig Menschenrechtsverletzungen gegen Flüchtlinge und unzählige andere Menschen innerhalb der Türkei einfach ganz bewusst ignoriert. Es muss ein Umdenken in der Politik geben. Eine Politik aus unserer Sicht, die sich realpolitisch an Menschenrechten orientiert, weil nur so Konfliktursachen vorgebeugt werden kann und auch, weil nur so Stabilität erreicht werden kann. Denn solange Menschenrechte nicht absolut mitgedacht werden, werden immer wieder neue Unrechtssituationen geschaffen und es wird dagegen Widerstand geben. Regierungsvertreterinnen sollten sich nicht nur mit ihren Counterparts treffen, wenn sie Delegationsreisen in andere Länder unternehmen, wenn die Bundeskanzlerin oder der Außenminister sich im Ausland mit Menschenrechtsverteidiger austauscht. Zeigt dies nicht nur eine Wertschätzung, es stärkt auch die Arbeit der Menschen vor Ort, wenn dies passiert. Sie wissen, dass es jetzt auch nicht passiert ist, als Frau Merkel in der Türkei war. Herr Gabriel in Ägypten sowieso nicht, trotz unseres Briefings. Genau. Aus unserer Sicht, Amnesty wird nächstes Jahr auch auftauchen, wenn wir Wahlen haben in Deutschland. Und wir werden dort fordern, dass jeder Politiker und jede Entscheidungsträgerin sich gleichzeitig immer als Menschenrechtspolitikerin und als Menschenrechtspolitiker empfinden muss, dass alles, was getan wird an Regierungshandeln, mit Menschenrechten unterlegt ist. Daher möchte ich Ihnen nochmal auf den Weg geben, Sie sind alle, die Sie hier sitzen, Teil einer organisierten Zivilgesellschaft oder einfach einer Zivilgesellschaft, wenn Sie nicht organisiert sind, aber Sie sollten und könnten sich organisieren. Kommen Sie, informieren Sie sich bei uns, bei der Heinrich-Böll-Stiftung, bei Brot für die Welt. Wir haben alle sehr gute Menschenrechtsarbeit vorzuweisen und sehr viele Mitmachmöglichkeiten. Und debattieren Sie, gehen Sie auf die Straße, mischen Sie sich ein in der U-Bahn auf der Straße, gehen Sie in das Büro Ihrer Abgeordneten und machen Terz. Unterschreiben Sie unsere Petitionen. Unsere Ehrenamtsebene ist auch hier vertreten. Das heißt auch Fragen an Michael Gottlob, der unsere Expertise für Indien in Deutschland verkörpert. Steht Ihnen gleich für Gespräche zur Verfügung. Michael, mach mal so. Vielen Dank. Und natürlich spenden Sie. Ich sage nicht spenden Sie uns, sondern spenden Sie. Denn auch kleine Beiträge schaffen größere Handlungsspielräume. So, ich bin mir sicher, dass unsere Gäste Sie noch mehr inspirieren werden, weil die Arbeit der mutigen Menschen führt uns natürlich vor Augen, warum es sich lohnt, sich einzumischen. Und deswegen möchte ich das Wort jetzt an Julia Duchow übergeben von Brot für die Welt. Ich wünsche uns allen einen sehr inspirierenden Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Ich bin Julia Duchow, wurde schon gesagt. Ich leite das Referat Menschenrechte und Frieden bei Brot für die Welt. Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung zusammen entstanden ist und stattfinden kann. Es war eine sehr schöne und sehr leichte Kooperation zwischen den drei Organisationen. Sehr toll. Als Brot für die Welt beschäftigen wir uns seit 2008 etwa mit dem Thema Shrinking Political Space oder sich verengende Handlungsräume, ein sehr kompliziertes Wort in Deutsch, weil wir erlebt haben, dass viele der Organisationen, die wir im globalen Süden, aber auch im Osten, im Norden betroffen sind, von sich einengenden Handlungsräumen. Und gerade solche Organisationen, aber das wurde jetzt ja schon sehr ausführlich dargestellt, die sich für Menschenrechte einsetzen, für Gerechtigkeit, für Partizipation, sind besonders betroffen von diesen repressiven Maßnahmen weltweit. Wir möchten jetzt diskutieren hier auf dem Panel und zwar möchten wir erstmal nochmal uns anschauen, gibt es wirklich diesen globalen Trend und wollen dabei auch eben speziell auf drei Staaten schauen und zwar auf Aserbaidschan, Indien und Kenia und wollen uns dann aber auch nochmal Gedanken machen darüber, was sind eigentlich die Argumente und die Motive, die Staaten dazu bringen, die Handlungsräume zu beschränken und werden uns dann auch mit der Frage beschäftigen, was für sinnvolle Gegenstrategien gibt es denn? Erstmal auf nationaler Ebene, da haben wir eben auch sehr gute Beispiele von Personen, die hier auf dem Podium sitzen und dann auch, was gibt es für Methoden auch auf internationaler Ebene, auf EU-Ebene und insbesondere dann auch auf UN-Ebene. Und mit dieser Ebene möchte ich anfangen und zwar freue ich mich sehr, zunächst Margret Sekadja begrüßen zu können. Sie ist die Leiterin des ugandischen Human Rights Centers und sie ist zwischen 2008 und 2014 die Sonderberichterstatterin für den Schutz von Menschenrechtsverteidiger in der UN gewesen und kann uns da einen sehr guten Einblick geben. Ich stelle jetzt nochmal alle weiteren vor und dann komme ich auch zu den Fragen und zwar haben wir an der Seite des Panels hier zu meiner Linken Karin Göbel. Sie ist Leiterin des Referats Menschenrechte und Genderfragen im Ausfettigamt seit Mitte des letzten Jahres und davor war sie in verschiedenen Ländern in den Vertretungen tätig und hat auch sehr viel Kenntnisse zu OSZE, mit der sie sich dann zuletzt beschäftigt hat. Dann komme ich jetzt zu den Expertinnen und Experten, die die Länderperspektive hier auf dem Podium haben. Zunächst mal Henry Tiffain, der jetzt auch schon teilweise vorgestellt wurde. Er ist aus Indien und ist der diesjährige Menschenrechtspreistiger von Amnesty. Auch von mir nochmal herzliche Gratulation. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Henry zusammen und er ist ein Aktivist schon lange gegen illegale Inhaftierungen, Polizeigewalt und ganz besonders interessant finde ich immer und da haben wir sehr viel zusammengearbeitet. Er setzt sich dafür ein, dass die Empfehlungen des Menschenrechtsrates im UPR-Verfahren, dieser regelmäßigen Überprüfung der Staaten auch in Indien umgesetzt werden und verbreitet darüber Informationen, welche Empfehlungen der Rat und die Staaten gegeben hat. Außerdem ist er selber eben Opfer von Inhaftierungen, Repressionen geworden und es wurde schon gesagt. Er selber hat eben erlebt, dass ihm die Registrierung als NGO, seine NGOs People's Watch wurde schon gesagt, eben suspendiert wurde und damit die gesamten Gelder, Projektförderung nicht mehr zugänglich waren. Ich möchte dann noch Gladwell Othieno begrüßen. Sie ist Leiterin und Gründerin von der Organisation Afrikog. Es ist eine Organisation, die sich für gute Regierungsführung einsetzt und die Rechenschaftspflicht von Regierungsstellen einfordert. Sie hat sich einen großen Namen gemacht bei der Überprüfung der Richtigkeit der Parlamentswahlen in Kenia der letzten und hat sich dafür eingesetzt, auch immer wieder, dass die Akteure nach der Wahl 2016, 2017 als starke Gewalt in Kenia war, auch zur Rechenschaft gezogen wurden und dann vor den Internationalen Strafgerichtshof sich stellen mussten und dadurch ist sie selber als Menschenrechtsaktivistin sehr in Gefahr geraten in Kenia, wird immer wieder diffamiert, auch heute noch und muss sozusagen um ihren eigenen Schutz kämpfen. Zuletzt komme ich zu Emin Millie. Er ist aus Aserbaidschan, Journalist und war in Aserbaidschan als Journalist auch tätig und Publizist und für seine Tätigkeit wurde inhaftiert, war ein Jahr in Haft und hat dann das Land verlassen, ist nach Deutschland gekommen und lebt hier sozusagen im Exil und hat eine Organisation oder eine Maidan TV, ist eine Organisation, ein Verein gegründet, der die Ausbildung von Journalisten fördert und unabhängige Debatten hier aus Deutschland heraus zu Aserbaidschan ermöglicht und ja und sozusagen durch Internetseiten, kannst du aber dann selber nochmal erzählen und Videos und so weiter, versucht noch eine offene Debatte, die in Aserbaidschan so nicht mehr möglich ist, zu gewährleisten. Ja, also klatschen nochmal für alle. Ja, vielen Dank und ich möchte jetzt beginnen mit Margret Cicaccia und der Frage, ob du einen globalen Trend denn erkennen kannst zur Einschränkung der Zivilgesellschaft? Ist es auf spezifische Länder bezogen oder kannst du einen globalen Trend erkennen? Thank you so much. Good evening everyone. I'll start with a quote from Ban Ki-moon about civic space. He said, if leaders don't listen to their people, they will hear them from the streets, from the squares, on the battlefield. There is a better way, more participation, more democracy, more engagement and openness. That means maximum space for civil society. This is the UN Secretary General Ban Ki-moon. However, as he talks about those issues, that there must be more democracy, more engagement and more openness and more space for civil society. It's not there. It's not there. States have increasingly started using other means which undermine the rule of law. It's no longer the rule of law. It's rule by law. Rule by law, not rule of law. So they use the law, the laws to undermine those values of democracy, of engagement and openness. Civil society all over the world now have been limited. The space has shrunk. Through using laws. Talk about the non-governmental laws, NGO laws, which limits their space, which they use to limit their funding, to limit their participation, to limit their engagement. Talk about laws about public order management, freedom of assembly. Already a lot of issues have been raised about the way freedom of assembly is being handled. Civil society is targeted through these various laws. Talk about the laws restricting funding. Besides the laws, we still have civil society space limited by states intimidating, threatening, and using all means to scare away civil society in raising issues which are very pertinent. To raise issues against the state, to raise issues against the state, to raise issues about accountability, against corruption, calling for transparency. This is very, very important. We see increasingly civil society space shrinking through the use of these laws, through intimidation. But yet, there is still impunity in the sense that when all these actions are mented out against civil society, action is not taken. The governments are not doing anything about the perpetrators. They leave it open for them to continue to violate rights with impunity. And therefore, you see a state of impunity going on with all that. Therefore, we must say that the space for civil society must be opened. Because if it's not, it's a general trend. It's not only, as you've heard with the various speakers, it's from various countries, from north to south, from east to west, across all borders. What is happening? Talk about the laws on funding, which Henry was telling us about in India. Talk about it in Ethiopia. So, it's all on all continents. Go down in the inter-Americans. Yesterday, we were hearing about the violations going on there. So, the general trend, ladies and gentlemen, is that civil society space is shrinking. And shrinking because of the actions of the state. Margaret, thank you. Margaret, you were Sonderberichterstatterin. Okay, sorry. You were Sonderberichterstatterin für den Schutz von individuellen Menschenrechtsverteidigern. And that is a question, which is always a question about shrinking political space. How is there actually the relationship? Is it only about the Schutz of Menschenrechtsverteidigern or is it also about their organization? Maybe, can you tell us the relationship between these, yeah, the relationship between these, yeah, the relationship between the organizations and the individual rights of the people who are being protected and are being protected? When they attack or when the space is limited, it's not only the individual. Yes, that individual is affected when there is no freedom of assembly, freedom of association. But this also affects their organizations. The organizations are targeted. Henry already told us about how his organization was closed and various employees had to lose their jobs. Over 60 people he was employing could not get any salaries. So it goes to the organizations so that your ability is limited. Not only that, if you take the instances of women human rights defenders, they attack the women for the work they do, saying that it's going against their cultural norms. They are not, you know, complying with the cultures and customs. But then they go again and attack the families. So it's a whole range of people attacking the organizations, the individuals, the families. The whole community could be affected by violations, like if you are polluting the water. It means someone who is fighting for the right to environment is going to suffer. But the whole community will suffer because of what's happening. So shrinking state space is not limited to an individual. It's a communal issue. It's an individual level. It's at an organization level. It goes to families, relatives and friends. Yeah, und auf UN-Ebene kannst du, weil wir reden ja auch über Gegenstrategien und Möglichkeiten, Schutz zu bieten und Handlungsräume wieder zu erweitern. Wie erlebst du denn da die Diskussion auf UN-Ebene? Ist das Thema angekommen? Ich denke ja, aber vielleicht kannst du uns das nochmal beschreiben. Und kannst du auch Beispiele nennen, mit denen versucht wird, auf die Länder einzuwirken, dass sie tatsächlich ihren Handlungsraum für zivilgesellschaftliche Organisationen bewahren? At the UN level, different efforts have been made. For example, there is already a resolution on shrinking space. The UN is making efforts to see that the space is opened. Besides that, different resolutions have also been passed. A resolution on women human rights defenders. A resolution on protection of human rights defenders. A resolution on freedom of association. And then we have the different mechanisms, like the special procedures. The special rapporteur on freedom of assembly has given guidelines on what amounts to freedom of assembly. What are the issues to be taken into account by different governments. But we still have to go to the government levels within the countries. Different things have to be done. Some of these violations are being committed by state agents. For example, if you talk about the freedom of assembly, security forces are the ones who are violating using excessive force and attacking people. For example, could we, the UN is looking at, going at the state level, looking at awareness raising, integrating human rights, teaching these organisations about human rights. So that we do not just take it at the global level, but we take it at the country level. We need an independent judiciary which can be able to take up some of these issues and listen to the cases and give redress. We need strong national institutions and the UN is making all efforts to strengthen national institutions to ensure that they comply with Paris principles to be able to take up issues of this nature. We need a community of civil society which is strong. So we need to ensure that they are empowered, they are facilitated. Therefore, you make sure that all these laws which inhibit their operation, like those limiting their funding and are not there, are lifted. So that civil society can operate, civil society can hold government accountable. Yeah, thank you. Thank you. We come now to Henry. Henry. Wie hast du, wie hast du, wie erlebst du denn jetzt die Entwicklung des shrinking space in Indien? Also wie, was, was, is okay? You can't just reinsprechen, you can just use it. And also, uns wäre einfach nochmal wichtig zu hören, wie ist denn die Situation der Zivilgesellschaft im Moment in Indien? Well, a few years ago when this terminology shrinking space was, was used, this was a terminology which is very difficult for us to comprehend. What is this new terminology of shrinking space in humanized pilots? The moderator today took me all the way to Malawi on, on such a program. And we were wondering what it actually was. And before we could find out what the meaning was, there we were thrown into, into the deep sea. And then we understood what it was. There's another terminology which is, which is connected with the shrinking space and that is embattled NGOs. And I said, what is this embattled NGOs? There's this embattled NGOs fund. Embattled NGOs. Before we could understand and comprehend what embattled NGOs was, you became one. So this is how we came to understand what this was. And that is, that your normal functioning is being stopped. And there are a number of legal measures that are used, laws that are used, administrative measures that are used, institutions that are used, to ensure that your regular work is constrained, is restricted. And that is our understanding. And in our country, we have what we call the Foreign Contribution Regulation Act of 1976, an old archaic lock. Nobody bothered about it. The NGOs did not bother about it. The government didn't bother about it. The Ministry of Home Affairs of the Government of India has an FCRA division, the Foreign Contribution Regulation Act division. None of us knew for a long time, for all these years, how many staff were employed. It was only when we were affected, then we started counting on our fingers how many staff members are there in this section. And I went inside that section. I was forced to go inside that section. And then I found, to my surprise, that there are not more than 20 people there. So 20 people looking after the registration under the Foreign Contribution Regulation Act of almost 40,000 organizations in India. Interesting, no? So they were unemployed from 1976 almost till 2012. They never did anything. They never bothered. They enjoyed themselves because nobody knew about them, and therefore they could function. And you know what it means. We are on air today, so I have to be a little careful. I know my friends in India are also following what all I'm saying. So this used to be one of the most corrupt institutions. You had people who used to get registrations. So this was the institution. And therefore, under this institution and under this law came everybody from extreme left to the extreme right. All the churches came here. All the religious institutions came here. Anybody doing any form of charity came there. Anybody working in disaster came here. Anybody working under various forms of fundamentalist religious nature also came there. Then came the smaller agencies, the development agencies. And then the small mosquitoes who are the concerned human rights organizations also came here. So all of us were pulled into this. In India, we have this gravy called sambar. You put everything into it, and then that's the gravy you eat with the rice. Like that, everybody was put into the pot, and we all were called NGOs. So the church was called an NGO. The mosque was called an NGO. The RSS in India was called an NGO. The university was called an NGO. The Jawaharlal Nehru University also had a registration. And Poor People's Watch was also an NGO. And then they started saying, no, this law has to change. There has to be a little more order. And in the year 2005 onwards, a long, it's a very important legislation. So there were discussions after discussions after discussions. And the barrister of India, Mr. Chidambaram, our later finance minister, brought this legislation called the Foreign Contribution Regulation Act of 2010 and the rules of 2011, after which they started curbing us with that law. And what happened was not that it was never used against somebody who did not register, those who did not file returns. There were struggles in different parts of the country. And people who are supposed to be connected with those struggles, people who are distantly connected with those struggles, people who accidentally were functioning in the place where the struggles were going on, ultimately became the victims. And I am a victim because I accompanied this lady who's on your right, who was the UN Special Rapporteur on human rights defenders. I went behind her when she came officially to India. I was very happy I was going behind her because she was exposed to a number of defenders across the country. Little did I know that if I go back to the United Nations in the Human Rights Council on the 5th of November, 2012, when you presented your report, and when I responded, that when I go back home, there will be a problem. When I went back home, I had a registration information. I was, I was under, my office was inspected. And later, three months later, in July 2012, my registration was suspended. Vielleicht nochmal kurz die Frage, weil Margaret hatte ja gesagt, ein wichtiger Punkt sind die Gerichte und die unabhängige Justiz. Hat die in deinem Fall geholfen? Also die Registrierung dann. When it was suspended in August 2012, the advice I got from a former Supreme Court judge who was one of our advisors was, don't go to court. Beautiful advice, no? A former Supreme Court Chief Justice of India, a former chairperson of the National Human Rights Commission was also chairing an organization in Bangalore whose registration was also cancelled. Very interesting. He also did not go to court. So judges advised us not to go to court. Judges themselves did not go to court because we wanted the court to know what this legislation was. We don't go to court, run to court and get a bad order so that everybody in the country is affected. So we had to learn to be patient. Very difficult for activists to learn to be patient. Very difficult for activists to learn to be obedient. I had to be obedient. I had to be patient. I had to be tolerant by not going to court. I was also told don't go to the United Nations. I had the then UN High Commissioner for Human Rights not once, not twice, on three occasions who wanted to help. And I said, why? Madam, who is here, asked me several times, Henry, when do I act? And I said, Madam, if you want to help me, don't act. I told her that. So this happens. So sometimes we have to keep away from the United Nations only to prove our nationality, only to prove how patriotic we are, only to prove that we believe in the national law and the national process and therefore for a long time we did not go to court. Later we went to court, by which time the courts were slowly getting ready and then we got a court order and today we are functioning with a court order. Also zu der Möglichkeit, Druck von außen zu machen, kommen wir gleich nochmal länger später. Aber ich möchte jetzt nochmal zu deiner Situation was fragen. Erstmal hast du gesagt, es gab Struggles, also Kämpfe. Vielleicht beschreib doch nochmal, welche Organisationen das waren, mit welchen Anliegen. Ja, weil das ist ja auch die Frage der Motivation von Staaten, die hinter diesen repressiven Maßnahmen liegen. Und dann würde mich noch interessieren, was konkret das für deine Organisation dann und für deine Arbeit bedeutet hat. Die suspendierung der Registrierung. Well, it's a very big question and I'll try to answer it as short as possible. The struggle that I would like to refer here is an anti-nuclear struggle. A struggle against the establishment of a nuclear plant. We have very coloured nuclear plants in the country. We have, this plant was a Russian plant. And therefore, this was planned from early 1980s. Then, because of all the global situation that had changed, the construction did not start for a long time. And then after Fukushima, the movement picked up. The people in the area started understanding what are the consequences, but by then the construction had gone up. So the people united, but the buildings had already come up. And then the people in September 2011 decided, enough is enough. And therefore, they went on a fast unto death. On a non-violent path. Not single violence. This is along the coast of India, the southern coast of India. And therefore, the fishermen community with a large number of people who are there. And the government always, whenever they see some protest, they always think there is somebody engineering protest. They can't think that people, they can't believe that people will be always capable of organizing themselves. Because politicians are always capable of organizing people, bringing people in vehicles. But people, when they protest, protest on their own. It was very difficult for them to trust. So they thought that the church is behind that. So they thought the bishop is behind that. Because they happen to be Christians. So they caught hold of the bishop. They handled the FCRA of the bishop. Very interesting. The first time the bishop's FCRA went off. The Catholic bishop of Tuticoran diocese, his FCRA went off. The NGOs, poor NGOs, had worked there during tsunami. And all that they had done was building houses there. Getting money from some donor agency and doing tsunami relief work. Because they were in that village, they connected them and their registration went off. This was the situation. And for us, they used us as an occasion. We are quite far away. We are about 350 kilometers from the project site. But they said this is the easiest because he belongs to the same state. We need to teach him a lesson. So the public news was that we were supporting that anti-nuclear struggle. And therefore, our FCRA also went up. What did it mean? It meant that our bank account was closed. Very simple for you to understand. Just imagine tomorrow morning your bank account is closed. All the consequences that will happen to you, happen to us. Your wife will start shouting at home. Or your husband will start shouting at home. What organization are you working? Please let these fellows go. These were all things that were happening. That didn't happen with my wife. She's sitting here. I cannot bluff that. But in many families, that is exactly what happened. Your security is gone. You start eating on your provident fund. You start eating on your gratuity. The office closes. We are not able to pay the rent. You are not able to pay the electricity. You are not able to pay the various charges. You start advancing money. You start borrowing money. And at the same time, you are a human rights organization. Everybody thinks you are some sort of a magician always. So we have to keep the office open. So the front portion of the office used to be open and the back portion used to be closed. So that the outside world will think we are functioning. We were not functioning. We could not even pay the electricity bill. These were the difficult 23 months we passed. Three periods of suspension. 180 days into 180 days into 180 days. We lost 100 staff. Not 60. 100 staff. We had to sell materials from the office. I had tears in my eyes when my rehabilitation center materials were sold. I called the police and said, take record. Today we are selling all these bunk beds. We are selling all our physiotherapy equipment. Are you happy? This is what you wanted. You wanted all this to stop. This was what happened to us. Our entire program across the country in 5000 schools of teaching human rights education stopped. All our cases have to continue in court without paying lawyers. Very tough. Just imagine. This was our situation. We had to build a lot of money. We have to do it. The way that they have to build a lot of money. And it is right in front of us. And it is really that we have to start all of the time. And then everything is at 0. Gladwell, I would now come to Kenya. And how is the situation in Kenya? How is the situation in Kenya? How is the trend of shrinking space or closing space? Thank you very much and I think as far as the situation in Kenya is concerned the previous speakers have all described a situation where we can say that we're talking about a global trend because of the similarities. We've got the misuse of the law, the rule by law instead of the rule of law, we've got the you know threats of deregistration, actual deregistration, we've got the use or misuse of counter-terrorism laws and regulations to close down organizations, to intimidate organizations, we've got the use of state arbitrariness, brutal put-downs of civic protests. So all of those elements are also there in Kenya. I should say that in Kenya it's not that we always had space and it's now begun to shrink. We didn't have space in the past. We had to fight for many decades against the dictatorship of, well I would say that the first independence, post-independence government developed into a de facto dictatorship, dictatorship which was taken over by a de jure dictatorship, a one-party state by law. And in 2002 was when Kenyans were able to get together and vote out the corrupt Mui regime. And civil society experienced an opening then, but this opening was only temporary and we saw when the situation in Kenya collapsed in the 2007-2008 post-election violence that you mentioned that led to the indictment of senior politicians at the International Criminal Court for crimes against humanity. Now two of these politicians very cleverly took this situation, flipped it on its head and took over the government and used that position to defend themselves against the intervention of the criminal court. And this was the government that came into power in 2013. So I would say that civil society fought and particularly following the conflict, civil society promoted and advocated for the solutions that came about which led eventually to the passage of a constitution that has been called one of the most progressive in the world in 2010. Now the government which came to power in 2013 came to power with the explicit program of turning back all those constitutional advances. So when you're talking about civic space, we had a bill of rights in that new constitution, all of this being turned back. And did we realize what was happening when it started to happen? Not quite. We saw it happening around the world. But I think it's one thing to see things happening around you and quite another to relate them to you and your personal situation. Particularly also because it began in a way where we thought, who's going to believe this ridiculous nonsense? You know, there were things like things being published online showing networks of evil society. They called civil society evil society showing networks linking George Soros, you know, and minor KIA, other, you know, prominent civil society activists and, you know, all, you know, the sort of imperialist plot against Kenya. So it seemed a bit ridiculous. But what we did not, what we failed to understand. Immer bezogen auf, immer bezogen auf die Verfahren vor dem internationalen Strafgerichtshof. This was the main, the main agenda of the two who came in because they were, they were accused of crimes against humanity at the international criminal court. And they came to power in order to escape that. But they also came to power, they came to power knowing that they wanted to roll back constitutional gains because they had never been for them. So they came to power explicitly saying they must, they must curtail civil society space for movement. And that has been what they have been doing ever since they came to power. And they've particularly focused on civil society and on the section of civil society that works on human rights, good governance, the sort of more explicitly political civil society is their main enemy because we have been the main advocates for accountability. Yeah. ...yeah. Also, so zu sagen, von außen hat man immer wieder beobachtet, dass auch wenn Terroranschläge, zum Beispiel von Al-Shabaab oder mutmaßlich Al-Shabaab, vorgekommen sind, dass dann sich auch wieder die Situation verschärft hat für die Zivilgesellschaft. Ist das richtig und gibt es die Begründung, dass die Organisationen auch Terrorismus unterstützen? Die Frage ist, dass sie sehr effektivarbeitet haben, um die grundsätzlichen Worte der Terrorismus zu lösen, mit jungen, marginalisierten Menschen, in den coastalen Regionen, welches in itself ist, auch in der Ökonomie marginalisieren. Und sie wurden Dokumenten und kritisieren die Use der Extrajudicial-Executions, the use of forced disappearances and the use of massive human rights abuses they were documenting it, they were speaking out against it and the government used terrorism in a very clever way to A, discredit the constitution to say there's too much freedom all of these freedoms are making it difficult for us to fight terrorism and also using the situation of insecurity to argue towards the world towards the United Nations Security Council towards the International Criminal Court look, we can't be attending the court because we have to deal with terrorism in Kenya Bei euch, also sozusagen auch wieder von außen kann man ja feststellen, dass die Zivilgesellschaft sich stark zusammengetan hat, um bestimmte eine Gesetzgebung zur Regulierung der Zivilgesellschaft auch zu verhindern in ihren restriktiven Auswirkungen vielleicht kannst du dazu doch mal was sagen wie ihr das geschafft habt da sozusagen Verschlimmerungen zu stoppen und wie euch, also wie sozusagen da die Gegenstrategien der Zivilgesellschaft waren Okay, I think first I have to explain that what's known as the Public Benefits Organization Act actually in the beginning was a positive development it was a consultative process with civil society organizations and with government where a law was worked out under the previous government which also contained elements of self-regulation and contained, you know, methods where civil society could be as accountable as it should be now this process was hijacked the law had been passed through parliament had been signed by the previous president but then it was administratively stopped from coming into operation and rather than putting it into effect rather than operationalizing it the new government now began to use parliamentary procedures to introduce amendments into the law such as the restrictions on foreign financing that we've heard about from here that we know about from Ethiopia that we know about from elsewhere and other restrictions on the freedom of civil society so the law originally was good so what we're arguing for right now is operationalize that law because that law, once it's operationalized will make the existing NGO board illegal so the law itself was good was captured by the interests which we now have using illegitimate processes in parliament to bring in amendments in a completely irregular manner which completely changed the law from what it was supposed to be and so now we're in court we have a case in court where we're saying that law must be operationalized but civil society got together and the important thing was that it was all civil society we could have allowed ourselves to be separated the development oriented and humanitarian organizations could have said let's stay away from those political ones they're causing all the trouble but we didn't we got together and indeed the campaign was fronted by those apolitical organizations we stayed in the back and we also did lobbyarbeit towards members of parliament who appreciated the efforts of humanitarian organizations in marginalized areas people appreciate the efforts of human rights organizations I should very quickly say that Freedom House did a survey earlier this year which actually showed that in contrast to the propaganda from government that we're evil society that we're imperialist agents people appreciate the work of human rights organizations not just development organizations humanitarian organizations but of human rights organizations so that's another strategy we've been using in terms of trying to counter the narrative and change that very powerful story which has been built and put in place by the government even if it's untrue Noch ganz kurz bevor wir dann zu Aserbaidschan kommen also bei Uganda und Margaret kommt ja aus Uganda hat man festgestellt dass vor den Wahlen die Situation sich eigentlich verschlechtert und ihr habt ja Wahlen im nächsten Jahr in Kenia 2017 ich weiß jetzt nicht ob im Herbst früher und meine Frage ist kann jetzt diese sozusagen geschaffene Koalition die erreicht hat dass sozusagen erstmal die Verschlechterung gestoppt werden könnt ihr euch also denkst du erstmal es wird Restriktionen im Vorfeld der Wahlen geben und ist sozusagen die Zivilgesellschaft vereint genug um dann auch sich dagegen zu stellen gegen weitere Restriktionen Well, I think I should say just before I came two or three days ago there was a protest by the opposition which went to the electoral commission saying this electoral commission does not enjoy the trust of the voters it must be its composition must be changed that protest action was put down with massive brutality by the police and you know even you know the former prime minister was tear gassed so this government has a huge readiness to use violence to repress any sort of protest and you mentioned before that civil society led the petition in the Supreme Court against the last presidential election and the government is very much aware of this apart from that the conditions which reigned before 2008 violence after all the work that's been done to bring about constitutional reform judicial reform security sector reform etc all of that has been rolled back and now we are left in a situation where the arbiters the referees of an electoral process do not enjoy the trust of the people they do not enjoy the trust of the opposition the country is polarized down the middle and we are in a situation where those who could prevent violence are not trusted by everybody so there's a very real possibility of instability and the government is very well aware of those who are organized enough to be a threat to them so while I wouldn't say there's a 100% chance of mass instability I think there's a very very real a very real possibility and definitely civil society will be on the radar because we were the most effective opponents of electoral fraud Thank you you have you have you have heard Glennville understands Deutsch speak Deutsch she has to be with lobby work but we have we have ons gee we have to be in the same more I'll see I'll see now to Emin Millie we have er versteht Deutsch as you merk an fehlenden Kopf hörer Emil Azerbaijan da ist die situation ja wirklich sehr prekär, auch Brot für die Welt hat. Ich glaube, man kann einfach dann reinsprechen, wenn es soweit ist, es klappt. Und also soweit wir das auch als Brot für die Welt beobachten, ist ja kaum mehr Freiheitszivilgesellschaft überhaupt noch aktiv in Aserbaidschan. Trotzdem haben wir in den letzten Wochen ja gehört, dass sehr prominente Gefangene wie Leila Yunus und Aktivisten freigelassen wurden und auch das Land verlassen konnten. Ist aus deiner Sicht, entspannt sich die Lage bei Aserbaidschan gerade und ist da eine Umkehr zu spüren der Regierung in Aserbaidschan oder eher nicht? We are talking about shrinking spaces. I think in the case of Aserbaidschan, we can define it with a different expression. Destroyed space. I think we passed that shrinking spaces. And the fact that President Aliyev has released some political prisoners is nothing new for Aserbaidschan. It has been policy of government of Aserbaidschan to jail activists, journalists, and then to release them and then to arrest the new ones. We still have many political prisoners in Aserbaidschan. We still have Khadija Ismailova who has been sentenced to seven and a half years to be in jail and she was investigating President's businesses and his family's businesses. We have Ilgar Mamedov who is chairman of Republican Alternative Political Movement and who was trying to challenge Aliyev politically. He is in jail and despite of the decision of the European Court of Human Rights on his release, he is still in jail. And we have many, many other activists, journalists and political prisoners in jail. So this was a positive step, but this is how our government works. They do want two positive steps and five, six negative steps. And at the end of the day we have passed these shrinking spaces and we are at the level of destroyed space. So. So. Also. Eher nicht. So verstehe ich das. Vielleicht nochmal die Frage auch wieder. Wir hatten ja bei Gladwell ja das Thema Gegenstrategien. Da ist jetzt die Frage, ihr seid ja aktiv mit Meidan TV von außen und vielleicht wäre es da nochmal wichtig zu erklären, wie das funktioniert. Ist es denn möglich überhaupt mit journalistischen Mitteln auf die Menschenrechtsdebatte innerhalb Aserbaidschans und auch außerhalb überhaupt Einfluss zu nehmen? Und ja, also wird das nicht auch als sozusagen, ja, könnte überhaupt noch richtig agieren und sozusagen die Lage richtig beurteilen? Das ist ja so ein bisschen künstlich von außen, das mit zu begleiten. Ich mag diese Frage mehr, denn das ist jetzt nicht über die Situation, wie eine schlechte Situation ist, sondern über welche Art von Polikien können sich verwendet werden, nicht nur von Organisationen oder, sagen wir mal, independent media outlets als ours, aber auch, ich denke, auf der Ebene, Europäische Regeln oder andere Regeln, die denken, dass Demokratie und Freiheit sind etwas, das sollte auf dem globalen und auf dem globalen und auf dem localen und unterstützen. So, drei Jahre vorhin, und ich denke, Meidan TV ist ein excellentes Beispiel von der Kontradition zwischen wie die Unterstützung von Freiheit ist understood in, ich specifische Europäische Kapitalen, auf der einen Seite, und wie es wirklich passiert, auf der Grund, in Aserbaidjan, die ich denke, sind zwei unterschiedliche Worte apart. Wenn, drei Jahre vorhin, ich angefangen, zu versuchen, zu mobilisieren einigen Organisationen und Regeln zu unterstützen diese Initiative, ich hörte meistens die Argumente, wie es nicht möglich ist, in Aserbaidjan zu arbeiten, man kann es nicht mehr in Aserbaidjan sein, man kann es nicht mehr in Aserbaidjan sein, man kann es nicht mehr in Aserbaidjan sein, man kann es nicht mehr in die Banken, weil sie die Banken freigieren. So, just relax und enjoy your life in Germany und Europa und wir haben andere Probleme hier in der Welt zu dealen. So, ich bin sehr glücklich, dass wir nicht stoppen. So, wir starten mit Crowdfunding, wir raised rund 40,000 Euro in ein paar Monate, und das ist wie wir starten. Und dann, fortunately, wir haben einige Organisationen, die uns in den USA, die uns auf die Weise verletzten, unsere Meinung nach, dass es möglich ist, dass es möglich, in einem Land wie Aserbaidjan auch in einem Land wie Aserbaidjan wenn wir einige smarte policies, tactics, und und arbeiten in einem mehr sophisticateden Weise. And now, three years later, we have developed a very sophisticated network within Azerbaijan and outside of Azerbaijan, and MaidanTV's Facebook page, I mean, you need to know for the context, Azerbaijan is 9 million people nation, 1.5 million people are Facebook users. So now, after three years of work, we have almost 300,000 followers on Facebook, and we just had these months, really, it was record numbers, but we had 9 million people engaged on our posts, and we had around 4 million people outreach. I mean, if you compare this with our competitors, like, let's say, the biggest Facebook page in Azerbaijan has 1.8 million people, we have 300, and they are yellow press, so they're putting the photos of cats and of smiling babies, you know, and putting the picture of holy books, and saying, you know, so this is how they, what we do, we put out human stories, and you know, real stories there, I mean, really just journalistic content, and when it comes to engaged users rate, so in a very engaged, let's say, in weeks when something happens in Azerbaijan, they have more than 1 million engaged users, and we have more than 1 million engaged users, so we have almost the same level of engaged users as the biggest Facebook in Azerbaijan, and we have 400,000 unique users on our website, and from 2 till 4 million views every month. These are huge numbers, and in any normal country, I would be a very rich man, but in Azerbaijan, what happens with me is that my relatives are harassed, even if I'm out of the country, my relative was jailed, some of them were arrested, 23 of my relatives were forced to sign a humiliating public statement that, you know, they're ashamed of me, and that they support President Aliyev. One of our editors who is based in Belize, Gunel Mavlut, two of her brothers are in jail on our national indictment, we call it the drug addicts, because if you trust Azeri government, then all of journalists and human rights defenders, these are all, the entire international drug trafficking goes, are controlled by us, so this is basically, you know, in my view, the story of Made on TV shows that it is possible to work in countries like Azerbaijan, and when it comes to EU, and here I want to finish, and to German government as well, I understand very much these arguments that nobody wants to destroy the relationship with the Azerbaijani government, who can give a billion or two contracts to buy some trains, or do something else, which can be very useful in Germany, I'm absolutely not against that, but I think that ideally, and that's, I think, what Selmin talked about, that ideally, yes, the government, the EU Commission, European governments, should openly speak up, but we all know they don't do that, or not always do that, or do it in a very, you know, calculated proportions, but there is also a second option, without openly being hostile to these sort of governments who basically are destroying these spaces that we are talking about today, there are many ways to support various initiatives around the world in smart ways, in ways that those governments can never prove that German government or EU Commission supported those initiatives. And I will give you an example of European Endowment for Democracy, which is supported by 28 European governments. If any government gives money to European Endowment for Democracy, no government like Azerbaijani government or Russian government can actually prove that it is, for example, German government or any other government, you know, supporting specific initiative in Russia or in Azerbaijan. And I think this is very important, because, you know, we're talking about the moral power of this struggle, we're talking about, you know, the victims, and we feel always very inspired, but there is also very material dimension to this struggle, and I think it's very important to think about it and to start applying these various, you know, tactics. And I know you're looking at me, I need to stop, but... No, 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 no. Du hast ja auch die Frage, ich wollte jetzt wirklich zu der Frage kommen, was du forderst eigentlich von der EU und auch von der Bundesregierung, weil wir auch Frau Göbel ja hier haben, wie sie auch Einfluss nehmen kann auf Aserbaidschan, da hattest du ja schon gesagt, also erstmal an die Förderung auch der Organisationen denken, aber vielleicht mich interessiert auch, was sind denn die Begründungen, warum der Druck nicht erhöht wird auf Aserbaidschan durch die Bundesregierung, aber auch durch andere Staaten der EU? Well, business interests, security interests, very conservative understanding of if we support, I mean, imagine what is made on TV, you know, if you support made on TV, and made on TV really changed minds of people, and people start demanding their rights, well, then what is going to be the consequence? I mean, consequence, everyone looks at Syria and thinks, oh, we just should avoid it at any price. And, well, I think differently. I think that it's exactly because Syria didn't have, you know, civil society institutions, didn't have human rights, that the crisis in Syria happened. So in order to prevent other Syrias, this is exactly what needs to be done. You know, the work needs to be done at the very, very beginning. So these destroyed spaces should be turned into shrinking spaces, and shrinking spaces should be turned to flourishing spaces. But I wanted to also to be more practical. I think there is one also very practical point for organizations like ours, which is working in a very difficult condition in Azerbaijan, and about the question, what can be done? I mean, we do have funding, you know, we have passed that level of when we think that, you know, and I think we're going to have funding for next two, three, four years. But there will come a point for us, and I'm not talking just about our organization. I meet a lot of leaders of various media outlets and human rights organizations worldwide. And the question is, you know, it's very good that there are some foundations that support such initiatives. But what happens when the donor fatigue comes? What happens when organization which was doing amazing work, its budget cut by twice, just because priorities of donor organizations change? So, and I think it's, again, very important to come up with new tools and infrastructures to be applied so these organizations can do work long term. What I'm talking about is I think we need to come up with a way how we can create network of businesses, money-making machine, so they would do capital, but not basically in, you know, sort of to enrich one man, but to create capital that would then fund exactly the initiatives that these, for example, organizations were supporting and doing for many years. For example, again, like organization like Made on TV could never sell advertisement in Azerbaijan. But if we are helped with business advisors, we could develop businesses abroad, start making money in various areas to invest this in initiatives and then not to put in awkward position, EU commission or German government or other institutions that find it very difficult to support our initiatives. Vielen Dank für den konkreten Vorschlag. Frau Göbel, jetzt haben Sie die verschiedenen Länderkonstellationen gehört. Erstmal frage ich mich, wird anerkannt in der Bundesregierung, dass es diesen globalen Trend gibt? Und dann, wie diskutieren Sie ihn? Und was sind denn Ihre Gegenmaßnahmen, die Sie diskutieren in der Bundesregierung? Vielen Dank. Ja, ich glaube, die Beiträge heute Abend haben gezeigt oder sind eine Illustration dessen, dass es natürlich in der Tat einen globalen Trend gibt. Ich meine, ich empfehle als Lektüre den Bericht des VN-Sonderberichterstatters für Menschenrechtsverteidiger, also den Vorgänger von Frau Sekagia, Michelle Forst, der auch letztes Jahr im Sommer hier war, hat Gespräche im Auswärtigen Amt, auch im Bundestag geführt. Der Bericht vom Juli 2015, da ist auch nochmal aufgezeichnet, was Menschenrechtsverteidiger heutzutage bedroht. Ich glaube, es deckt alles das ab, was heute auch erwähnt worden ist. Schlechte Regierungsführung, mangelnde Rechtsstaatlichkeit, religiöse Intoleranz, Fundamentalismus, Spannungen zu Entwicklungsproblemen, Terrorismusbekämpfung, kriminalisierende Gesetzgebung, Diffamierungskampagnen, also es geht noch so weiter. Er hat auch zum Beispiel gesagt, ist ja hier auch angesprochen worden, dass auch weibliche Menschenrechtsverteidiger besonderen Schwierigkeiten unterliegen, auch Leute, die sich für LGBTI-Rechte einsetzen. Also ich glaube, wenn man sich diesen Bericht anguckt, hat man eine sehr gute Grundlage. Er hat ja jetzt auch vor kurzem wieder einen Bericht vorgelegt, der basiert auf einer Umfrage, an der wir uns auch beteiligt haben, was haben einzelne Länder für Erfahrungen im Umgang mit der Unterstützung der Menschenrechtsverteidiger. Also das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiges Instrument. Und ich habe mich auch gefreut, dass Herr Tiffain ja auch gesagt hat, dass eben diese VN-Mechanismen durchaus auch Einfluss haben können. Also auch wir unterstützen den Sonderberichterstatter und rufen alle Länder auch auf, mit ihm und anderen VN-Sonderberichterstattern zusammenzuarbeiten. Also ich wollte sagen, Zivilgesellschaft und Einsatz für Zivilgesellschaft, sowohl bilateral mit den EU-Partnern im VN-Rahmen, ist ein wichtiges Element, ein zentrales Element unserer Menschenrechtspolitik. Wir sind auf NGOs, Menschenrechtsverteidiger, Zivilgesellschaft angewiesen. Zum einen sind sie eben ganz besonders nah an den Problemen in den Ländern, können uns und unseren Auslandsvertretungen wichtige Informationen geben über Menschenrechtsverletzungen. Insofern haben sie auch eine Frühwarnfunktion. Und sie sind natürlich auch Partner für die Umsetzung unserer Menschenrechtspolitik. Und Herr Millie hat ja angesprochen, Unterstützung von Zivilgesellschaft, von NGOs. Also wir jetzt nur in unserem kleinen Menschenrechtsreferat geben jährlich über die letzten Jahre vier Millionen Euro aus. Wir unterstützen da mit über 100 Menschenrechtsprojekte sozusagen über den ganzen Globus verteilt. Ganz häufig sind das Projekte, die von lokalen Akteuren durchgeführt werden. Also auch das ist sozusagen ein Element der Unterstützung. Wir haben in Aserbaidschan Projekt für Menschenrechtsverteidiger unterstützt. In Kenia beispielsweise die Nationale Menschenrechtskommission, die ja auch sozusagen die Politik der Regierung kritisch beobachtet. Also es ist ein sehr breites Spektrum von Unterstützungsmaßnahmen, die wir auch sozusagen, weil es angesprochen worden ist, finanzieller Art geben. Vielleicht eine Frage erstmal, die uns immer wieder kommt sozusagen, wenn wir auch dann mit einzelnen Menschenrechtsverteidigern und ihren Organisationen zusammenarbeiten, ist, dass man noch immer beobachtet, dass in den Vertretungen der Bundesregierung und der Deutschlands und auch Botschaften im Ausland dieses Thema noch nicht systematisch gesehen wird und analysiert wird. Und da würde mich nochmal interessieren, wie Sie mit den Kollegen, die dann ins Ausland gehen, das Thema besprechen und setzen Sie es auf die ständige Agenda der Kollegen, ja? Ja, das ist ganz sicher so. Also das fängt an bei der Ausbildung unseres diplomatischen Nachwuchses. Also wir hatten gerade kürzlich die sozusagen neuen Kolleginnen und Kollegen haben einen ganzen Menschenrechtstag, wo sie mit den Instrumenten vertraut gemacht werden. Da spielt auch das Thema Zivilgesellschaft, Menschenrechtsverteidiger natürlich eine Rolle. Alle unsere Auslandsvertretungen haben Handreichungen, wie sie konkret Menschenrechtsverteidiger schützen. Das ist praktisch eine Ausbuchstabierung der EU-Guidelines zu dem Thema. Also das sind ganz konkrete Tipps und Hinweise, auch die Bitte, regelmäßig Kontakt mit Menschenrechtsverteidigern zu haben, die zu Veranstaltungen einzuladen, sie zu begleiten. Dazu gehört auch das ganze Thema Beobachtung von Prozessen und all das ist natürlich, dient auch dem Zweck, uns hier in Berlin zu informieren, weil das im Grunde genommen die Grundlage ist, auf der wir dann die Themen sowohl bilateral auf allen Ebenen ansprechen. Ein Beispiel, das ist glaube ich schon genannt worden, auch die Bundesregierung hat sich ja sehr auch für den Fall Junus eingesetzt und für andere Menschenrechtsverteidiger in Aserbaidschan. Also das war ein Beispiel, was ja zeigt, es führt dann auch zu einem Erfolg. Insofern ist das ein Thema, was ohnehin auf unserem Radarschirm ist, was wir aber auch sozusagen systematisch von unseren Auslandsvertretungen abfragen. Ich weiß, Sie möchten jetzt nicht auf die einzelnen Länderkonstellationen wie Indien oder Kenia und so weiter eingehen, aber es fällt ja auf, dass bei dem Thema Terrorbekämpfung, also da gibt es ja auch das Beispiel zum Beispiel Ägypten, aber in vielen anderen Ländern wird das ja als Begründung genutzt, um dann die Zivilgesellschaft einzuschränken und da ist schon die Frage, wie in diesen verschiedenen Koalitionen, die sich zusammentun, um Terrorbekämpfungsmaßnahmen durchzusetzen, wie Sie da dieses Thema ansprechen, denn das sind ja die gleichen Regierungen, die dann auch die Zivilgesellschaft bei sich einschränken. Wie funktioniert, also sprechen Sie es noch an? Ja, also wie gesagt, ich habe mich ja vor unserer Veranstaltung auch etwas informiert und beispielsweise die Kollegin, die sich mit Kenia beschäftigt, versicherte mir, dass das Thema sozusagen, ja, Beachtung der Menschenrechte bei der Terrorismusbekämpfung Gegenstand jedes Gesprächs ist. Anderes Beispiel auch im VN-Kontext wird das Thema angesprochen, letztes Beispiel Menschenrechtsrat, auch da hat die EU und wir haben das Thema Ägypten angesprochen, da ist natürlich immer die Aufforderung, dass das Thema Bekämpfung des Terrorismus nicht heißen kann, dass dabei Menschenrechte verletzt werden. Also das sind praktisch nur zwei Beispiele, wie das Thema von uns behandelt wird und ich habe jetzt auch schon erwähnt, wir unterstützen in Kenia ja eine Institution, die sich auch mit der Aufdeckung der Missstände, die es da gibt, im Land beschäftigt. Also das ist, glaube ich, auch nochmal eine Möglichkeit, einfach da Unterstützung zu geben. Ja, also vielleicht ist das nochmal eine Frage, die ich den anderen nochmal stellen möchte, der Druck von außen, weil ich weiß ja zum Beispiel in Kenia wurde immer gesagt, ja, das ist eben, Menschenrechte sind ein Western, also eine westliche Vorstellung und wir wollen da, der Druck von außen ist eher schädlich, auch bei Indien und gerade bei der Frage der Registrierung der NGOs kam immer, also teilweise auch sogar von den NGOs selber, aber auch immer wieder das Argument von außen, mit Druck von außen wird man das nicht lösen können und deswegen die Frage zunächst nochmal an Henry, ja, was nutzt Druck von außen und wann nutzt der Druck von außen? I think, I mean, we are not here to say external pressure is not at all required, but I think we have got to move to a level when we are made to understand that solidarity on the ground locally is first sought and that is what happened in our own case. when people initially told me that don't go outside, don't approach the UN special rapporteurs, don't go to the office of the high commission, it was a little complicated for me to understand. Throughout our trainings, throughout our interventions, we always speak about use of international mechanisms and when you are hit, you are keeping away from those international mechanisms. It was a little bit of a dichotomy for me but I think in the long run that advice was right because we consolidated within the country. We were able to consolidate a certain opinion within the country. We were able to gradually make the court understand this phenomenon of foreign assistance, the clampdown on institutions, how false it was, gave a little space for media to understand and then report and I think the change took place. But the change interestingly came in our case with a very interesting phenomenon because it was not only that organizations on the ground were affected, Ford Foundation was affected, Greenpeace was affected. When Ford Foundation was affected, there were a whole spate of other civil society organizations which came and said, we are in solidarity with Ford Foundation and some of us were laughing. We said, when Ford Foundation is affected, everybody joins together. When we chaps were affected, not a single fellow was able to come and stand in solidarity with us. But that mobilized a number of NGOs to come together. That started opening up the media focus on what organizations were doing. A lot of positive stories appeared in the media and I'm sure these positive stories also had their impact on the judiciary. And the judiciary slowly, slowly, slowly started giving positive orders to different organizations. And once that was done, then it gave us meaning to ensure that we were able to go to the special rapporteurs, use them, make our stories. For example, our story was on a blog site from 2012. Anybody who came I used to say, you go to cpac-fcra.blogspot.in, you will get all our papers together. So pressure works after you have done your homework at home. Without doing your homework at home, external pressure will not have value. Gladwell, wouldest du dazustimmen? Yes, most definitely I would. I think the example of 2008 when the country was on the verge of civil war and the protagonists were refusing to come to the table, the fact that international bodies could say this is what Kenyans themselves are saying. This is their analysis of the situation and this is what they think should be happening. Once you had that strong domestic consensus amongst at least the people who had shown that they had an interest in ending the conflict and ending it in a sustainable manner, not just ending it in order to get peace, but to get lasting peace. Once you had that domestic voice, then you had the the African Union could push that, then the European Union which had been waiting to see what the African Union would say could get behind that. So you've got to, you can't rely on outsiders to be the first to speak because that will definitely be rejected in the way that it's been rejected. gladwell had the regional mechanism Wie wird das Thema Shrinking Space denn in der Afrikanischen Kommission zum Beispiel diskutiert? Gibt es da Bewegung, wird auf die Staaten die Shrinking Space Maßnahmen, also die repressive Maßnahmen einführen, werden die da kritisiert und wird das besprochen? Ja, als meine Kollegen haben gesagt, es ist es die soziale Gesellschaft, die die Initiative zu nehmen. In der Afrikanischen Union, die soziale Gesellschaft hat eine Forum, eine soziale Gesellschaft, und sie sind diejenigen, die Dinge in der Kommission machen. Und sie machen parallel events. Sie haben die soziale Rapporteur für informer visits zu Ländern, wo sie finden, dass die Regierung nicht bereit ist, die soziale Rapporteur der Afrikanischen Kommission machen. Sie arbeiten, sie arbeiten, sie arbeiten, sie bringen, auf die Afrikanischen Ebene zu machen, damit die Afrikanischen Kommission machen. Sie bringen, kommunikation, litigation, all das. Die Vielzahlung, das ist ein Teil der Service, die soziale Gesellschaft um quals zusammenge- und die Gewaltreur zu entwickeln. Die Kommission kann es daran ziehen, aber dann sind sie so viel, aber solche Länder. So, wir, wenn die sozialen Gesellschaft zusammenfahnd und wir, die Wirklichkeit zusammenfahnd werden, und wir deed wollen, dann das geht. Die Afrikanischen Kommission nicht mehr kann es tun. So it's been successful within the African Commission, you have the special rapporteur, you have the campaign which was done on Eritrea by the UN, but the campaign started within the African Commission, that we need a special rapporteur for Eritrea. They have sent a fact-finding mission to South Sudan, but the campaign has been done by civil society, and then that special investigation and fact-finding mission has been sent to South Sudan. So as civil society, I would like to say we need to work together, we need to network, we need to do our research, we need to be innovative to ensure that these mechanisms do work. And they, we are the ones to make this link between the African Commission and the UN, to ensure that the UN and the African Commission can complement each other and make useful complementarity for us. Thank you very much. Henry, I can't answer this question, because in Asien there is no such a regional mechanism. But Emin, the European Union, the European Union, there was even the president of Azerbaijan, has the European Union as a protection instrument in the human rights area used in the case of Aserbaidschan or was that a zahn-loses instrument? Man has it used to use, but the court court, for example, Integra Maliev, who had many cases in the European Union have won, were then sent to the prison. And the other case, Ilgar Mamedov, I have also told you about it, the president of the Republican Alternative Political Movement. He is in prison. There is a decision from the European Gerichtshof. I believe there is also a decision on the Minister-level of the European Union, which is still in prison. I believe in the case of the Azerbaijan's case, we saw that the aserbaidschan government are often believed, these decisions to ignore and then some political ways to find and to correct themselves. And also often, when they send someone to the prison, we had journalists who had several years in prison, then the European Gerichtshof decided after six or eight years, that was wrong. and they must 20.000 Euro, the aserbaidschanian state must this journalist, and they have that then paid. Also for an oil state is not much money. Thank you. Now you have to speak German. Thank you very much. Thank you very much, Frau Göbel. The European Rat, is that not... Also, man asks in such a case like Azerbaijan, why could the European Rat not have a influence on a member of the European Rates? Also, der Europarat hat ja sozusagen für alle Mitgliedstaaten, darunter Aserbaidschan, natürlich als Grundlage, dass die sozusagen grundlegenden Standards des Europarates, darunter insbesondere die Europäische Menschenrechtskonvention, natürlich von allen Staaten respektiert werden. natürlich auch ganz besonders von einem Land, das den Vorsitz im Europarat hat. Dass die Realität dann manchmal eben anders aussieht, ist vielleicht auch etwas, was man feststellen muss. Tatsache ist, der Europarat hat ja sehr viele Instrumente, die auch im Fall von Aserbaidschan und anderen Ländern zum Einsatz kommen. Also, es gibt den Menschenrechtskommissar, der sich auch nach meiner Kenntnis zu Aserbaidschan auch bei Fällen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, das ist ja auch ein weiteres wichtiges Instrument, was allen offen steht, geäußert hat. Es gibt einen Aktionsplan 2014 bis 2016 zwischen Europarat und Aserbaidschan vereinbart, der auch von dem sozusagen Botschaftern dann in der Umsetzung überwacht wird. Es gibt den Generalsekretär des Europarates selbst, der sich auch da, wie bei anderen Ländern auch geäußert hat. Also, das ganze Instrumentarium ist, glaube ich, da. Ich glaube, man muss einfach darauf setzen, dass, wenn ein Land in einer Organisation eine prominente Position einnimmt, dass das natürlich auch eine Chance schafft, dass der Blick der Öffentlichkeit auf dem Land liegt. Ob das dann in allen Fällen immer zum Erfolg führt, muss man wahrscheinlich unterschiedlich beachten. Ja. Henry, du wolltest noch was sagen zu – also, ich weiß ja, du bist ja sehr aktiv auch auf regionaler Ebene, um mit dem Forum Asia zum Beispiel Gegenstrategien zu entwickeln. Und du hast auch eben gesagt, du möchtest auch, wenn es so ein Instrument nicht gibt wie den Europarat, nochmal was zu den Gegenstrategien sagen. Regionaler Ebene. No, I wanted to say it on the national level. And what is coming up today within India is the formation of a People's Commission on shrinking civil space, on shrinking democratic space. That's what we call it in India. And this is a commission which is constituted by a number of organisations across the country. These debates started in October 2015. Today, we have had a national convention on this of about 100 activists from across the country. then went into about seven regions across the country to be able to get support, so that there are a number of organisations from different parts of the country which support. And on the 21st and 22nd of May, the formal People's Commission on shrinking democratic space in India will be formed. What will it do? This People's Commission is going to constitute a jury. And this jury, which is going to comprise of a variety of people who will have credibility in Indian society, who do not belong to the judiciary, who do not belong to serving officers, will then start taking up cases across the country. And therefore, we will have our own Indian people's jury speaking about the attacks on civil society organisations across the country. And this is going to have very serious effect on the judiciary. And the judiciary will start having to respond to it. In addition to that, I think it is important, this is the time when we will also take recourse to new standards that are coming out from the UN Special Rapporteur. I am happy to note that three days ago, the UN Special Rapporteur on Freedom of Association and Assembly, Mayanakya, has come out with the legal position, a statement on the legal position of the Foreign Contribution Regulation Act in India. And he attacks it from the position of the ICCPR. And Article 22 of the ICCPR, which is on Right Association. So you see, we are moving forward. The sign is not hopeless. It is hopeful. It was worth the wait for us to make it an internal issue, not run immediately externally. But now we are able to get external support, which is of value. And I think we will be able to move. National Human Rights Commissions institutions also have a very important role. They are legal, institutional, state-created institutions, which are also support to protect human rights defenders and institutions. So we will have to now also engineer that the national human rights institutions and Germany now being the president of the global alliance of national human rights institutions cannot remain silent. I need my punch. So Germany now has to stand on the side of ensuring all national human rights institutions do not remain as passive bodies, that they stand on the side of institutions and ensure the shrinking civil society space is attacked. Ja, wir haben hier eine Vertreterin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, die das gleich mit zurücknehmen kann ins Institut. Ich würde Ihnen jetzt gerne die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Hier vorne, wir werden ein bisschen sammeln. So, jetzt haben wir drei. Mikrofone sind da. Vielleicht Sie, es wäre gut. Wir haben jetzt vier, aber es wäre gut, Sie fassen sich alle kurz, damit auch die alle drankommen und wir auch zum Antworten kommen. Vielleicht beginnen wir einfach da hinten. Der Herr mit dem rostroten T-Shirt. Eigentlich hatte ich zwei Fragen, aber wenn Sie jetzt sagen, wir müssen kurz fassen. Sie können auch zwei kurz stellen. Das ist möglich. Dann möchte ich kurz eine Frage an Herrn Millic stellen. Und zwar, Mediantv spielt jetzt eine große Rolle in Aserbaidschan für die Pressefreiheit. Bevor könnten die Leute nur in Mecca über Politik sprechen, jetzt sprechen sie überall über Politik. Und Mediantv gibt einen großen Mut. Aber wenn wir auch Mediantv kritisieren müssen, muss ich sagen, dass es viel zu aggressiv ist bei den Kritisierungen an der Regierung. Weil manchmal, auch wenn wir unter unseren Kollegen sprechen, kommt es uns so vor, dass Mediantv nicht für die Pressefreiheit in Aserbaidschan und für die Demokratie in Aserbaidschan kämpft, sondern nur persönlich gegen die Regierung, die Ilham Aliyev-Regierung kämpft. Und das stört ein bisschen auch uns. Viele Nachrichten werden nur in Richtung Ilham Aliyev gerichtet. Und ich finde es sehr aggressiv. Die Frage ist jetzt, wenn Sie selbst Ihren Projekt kritisieren müssen, Welchen Kritik würden Sie jetzt eher auf diesen Teil bringen, was Ihnen bis jetzt in Mediantv falsch gegangen ist, was Sie verbessern möchten? Okay. Aber wir sammeln erstmal. Dann haben wir Judith hier. Ja, ich habe auch eine Frage an Herrn Milly. Und zwar eher allgemein, wie sich die sich verschlechternde wirtschaftliche Situation in Aserbaidschan auch auf die Situation der Zivilgesellschaft auswirkt, wenn man das überhaupt sagen kann. Ja, dann hatten wir hier eine Frage. Ja, meine Frage rät sich auch nochmal vor allen Dingen an den Experten aus Aserbaidschan, aber vielleicht auch an die anderen Vertreter der Zivilgesellschaft. Ich arbeite selber für Greenpeace, also eine Organisation, die auch weiß, was Shrinking Space bedeutet. Sie hatten sich jetzt ja geäußert, relativ positiv über die Entwicklung auch der neuen Medien als Chance auch eben halt um mehr Freiheit vielleicht auch zu schaffen. Andererseits erleben wir ja auch, dass gerade diese Instrumente auch zu mehr Unterdrückung führen können eben halt, weil auch Leute teilweise darüber auch verfolgt worden sind. Wie gehen Sie damit um? Sind Sie da trotzdem insgesamt optimistisch, dass das neue Kanäle sein könnten? Wie schätzen Sie da vielleicht auch an die anderen Referenten das Internet eigentlich ein? Ja, dann die Frage, dann würde ich ans Panel erstmal geben. Ja, ich habe auch eine Frage an den sehr geehrten Herrn Millie. Ich möchte gerne wissen, wie sich die anderen islamistischen Republiken in Russland, und ob sich nicht die Zivilgesellschaften auch in diesen Staaten vernetzen können, wie es jetzt im Beispiel Afrika ist. Die Afrikanische Kommission fördert ja das. Das wäre doch auch gut. Ja, vielen Dank. Vor allem an Emin Fragen. Möchtest du antworten? Ja, mit, also, sehr gute Frage. Wir kämpfen eigentlich dagegen. Wir wollen nicht oppositionelle und wir sehen uns nicht als oppositionelle Medien. Wir wollen nicht als oppositionelle Medien genannt werden. Wir glauben und wir wollen unabhängige Medien sein. Wir, ich hatte diese Frage auch von deutschen Journalisten oder deutschen Editors und ich habe gefragt, okay, worüber würden Sie berichten? Ja, was wäre Frontpage von Spiegel oder, ich weiß nicht, Tageszeitung oder FATS, wenn die führenden Menschenrechtler in Deutschland, führenden Journalisten in Deutschland und die führenden Politiker in Deutschland verhaftet wurden? Würden Sie über die Rede von Bundespräsidenten über Elefanten auf Frontpage das geben oder würden Sie darüber Informationen geben, wer es jetzt im Gericht ist, ist im Moment ja einer der führenden Politiker oder Journalisten und Aktivisten. Ich will aber sagen, dass wir, wir geben immer der Regierung die Möglichkeit, in jeder Nachricht, in jeder auch, wenn wir Storys machen über die Leute, wir rufen immer die Regierung an und wir versuchen immer die Meinung von Regierungsleuten zu holen. Und leider meistens, wir werden, die schimpfen uns oder die legen den Hörer ab oder die wollen gar nicht kommentieren und ich hoffe, es wird sich ändern und ich hoffe, dass es wird auch ganz viel dazu beitragen, dass Medan TV auch nicht oppositionell, sondern mehr unabhängig gesehen wird. Ich muss auch dazu sagen, Opposition wird auch viel kritisiert in Medan TV, also ich hatte Oppositionsführer, die mich anrufen und sagen, warum kritisierst du uns? Das haben wir auch erlebt, wenn man fragt, was würde ich an Medan TV ändern, natürlich bin ich nicht damit zufrieden mit dem ganzen Content, was wir haben, also ich würde viel mehr, viel reicher Content schaffen, aber leider in der Situation, wo wir zum Beispiel ein, jetzt ein, wie heißt das, ich muss auf Englisch das sagen, we have criminal, we are under criminal investigation. So 15 of our journalists inside and outside of Azerbaijan are involved in this. Und wenn man in dieser Situation natürlich ist, dann ist es schwierig, viel mehr Content zu schaffen und das können wir leider nicht und das gefällt auch mir nicht. Andere Frage, wirtschaftliche Lage, welchen Einfluss hat das auf die Zivilgesellschaft? Also die Unzufriedenheit mit dieser Regierung ist deutlich zugewachsen. Wir hatten ja in diesem Jahr Proteste in über zehn Regionen auf einmal, also wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen. Es war unglaublich in Assoba, so ist es noch nie passiert. Das hatte damit zu tun, dass Manat ist zweimal, also 100 Prozent runtergefallen im Vergleich zu Dollar und Euro. Die Leute haben das gefühlt natürlich, einige könnten ihre Kredite nicht zahlen. Und viele haben im April und im Mai noch mehr Proteste erwartet. Und was passiert? Anfang April haben wir Krieg mit Armenien. Das ist übrigens super genial, drei Tage Krieg. Man muss heutzutage gar nicht einen langen und sehr teuren Krieg machen. Also in drei Tagen hatten wir Krieg. Und die ganzen Leute in Aserbaidschan und Armenien, niemand spricht mehr über Armut, über Probleme. Alle sprechen über Krieg. Und ich finde, das ist Aliyevs Weg, mit dieser wirtschaftlichen Situation umzugehen. Und er hat das erfolgreich gemacht. Das war die Frage nach den neuen Medien und dann noch die Frage nach der regionalen Vernetzung. Vielleicht noch kurz beide und dann würde ich nochmal die anderen Fragen nach den neuen Medien. Also neue Medien geben uns eine Chance. Man muss auch verstehen, wie man das nutzt. Man kann nicht einfach auf Facebook gehen und einfach auf Facebook alles zueinander schreiben. Das tun wir auch nicht, obwohl wir auf Facebook so populär sind. Es gibt, man muss die ganze Sicherheitsfrage ganz ernsthaft in Betracht nehmen. Also wir wissen sehr gut, wie die Regierungen auch bestimmte Instrumente kaufen und die dann einsetzen, um Aktivisten, Journalisten zu verfolgen. Wir haben im Fall von Medan TV, ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil wir können ja nicht Journalisten in Aserbaidschan haben. Deswegen haben wir an die Leute einen Appell gemacht. Wir haben gesagt, sie sollten unsere Journalisten werden. Und wir kriegen sehr viele Videos, Infos von Regionen von Aserbaidschan, von den Leuten in Baku und unsere professionellen Journalisten außerhalb von Aserbaidschan, die überarbeiten das. Und das ist einer der populärsten Contents auf Medan TV. Die andere Frage... Die Versetzung auf regionaler Ebene mit den Nachbarstaaten. Ich bin mit Ihnen völlig einverstanden, aber leider, wir sind, also diese Zivilgesellschaft in allen diesen Ländern oder muslimischen, ich würde sagen, das sind keine muslimischen, das sind säkuläre Länder, aber die Mehrheit der Bevölkerung ist muslimisches Glaubens. Das Problem ist, wir sind alle so unterdrückt, ja, in jedem Land, die Zivilgesellschaft ist so unterdrückt. Für uns, es ist schon eine Herausforderung, unter uns zum Beispiel in Aserbaidschan oder außerhalb von Aserbaidschan, mit Aserbaidschanern, in Aserbaidschan und außerhalb von Aserbaidschan, sich zu organisieren. Das ist schon schwierig und fast unmöglich genug und deswegen leider haben wir nicht Kraft genug, das regional zu machen, aber das machen wir vielleicht, wenn wir mehr erfolgreich im Lande sind. Nein, nein, ich würde gerne nochmal Margret die Chance geben, was zu sagen zu der Social Media Frage, weil in Uganda das eben eine spezielle Rolle gespielt hat, jetzt kurz vor den Wahlen. Und vielleicht möchten die anderen auch dazu nochmal was sagen, ist das Grund zur Hoffnung, weil sich Zivilgesellschaft besser vernetzen kann über die neuen Medien? In Uganda, we had elections and people had prepared a lot to use the social media, especially about the results of the elections. The government decided to close the social media a day before all the proceedings went on. It was a big impact on what went on because social media in Uganda has become a very powerful tool. It's very powerful that almost everyone communicates on WhatsApp, communicates on Facebook, on Twitter, and they deliver messages very fast rather than waiting for radio and TV. And the government knew that social media is going to affect them a lot for people passing over information about the elections. So they closed social media, and it was something which has been commented on by the election observers as one of the things which impacted negatively on government's record on holding free and fair elections. So we shouldn't underestimate social media. It's a very powerful tool, but we should know how to use it. We should also know the consequences, that even when you use it, it might impact negatively on you. But we must ensure that we use it in a positive way. But it's one of the mediums now which is as impactful on the rights of human rights defenders in passing out messages and communicating more than the traditional radios and TVs. Gladwell and Henry, maybe you want to say something about the question about the question, because often it's a very hopeful medium called, but in many countries are the people not flächendeckend with these mediums. So maybe the question again, how do you deal with that? It's probably in the country's countries as a civil society as a civil society to communicate. Yeah, also erstmal möchte ich aber auf die Widersprüchlichkeit eingehen, als Zivilgesellschaftsorganisation in einem Kontext zu arbeiten, wo eine Regierung sich konsequent schlecht benimmt. Da muss man diese Regierung kritisieren. Und dann sieht man aus, als ob man ständig gegen die Regierung ist und man wird auch zusammen verbracht in Verbindung mit der Opposition. Das sind die Widersprüche, mit denen wir arbeiten. Und das ist schwierig, aber ich glaube, da muss man sich nicht entschuldigen, wenn man schlechtes Benehmen kritisiert und da konsequent ist. Danke, ja. Danke, danke. die jetzt an die Macht ist, Teams von jungen Menschen benutzt, die im Internet und im sozialen Medienbereich sehr, sehr, sehr aktiv waren. Und nachdem sie die Wahlen gewonnen haben, wurden sie ins Staathaus genommen als offizielle Vertreter der Regierung. Und dieser Kampf geht weiter in den sozialen Medien. Also Kampf der Propaganda gegen Zivilgesellschaft etc. und auch die Kampf der Widerstand des Zivilgesellschaft. Danke. Henry? Without wanting to repeat what has already been said, I think it's important to note that in a country like India, social media plays a very important role. And all political parties are using the social media extremely well. And social media is a good basis for corporates to make money. So they take over. In our country, the present prime minister during the elections had his entire social media looked after by corporates who were helping Obama in his elections in the US. So this is the corporate connection with social media which becomes quite important. And in our election laws, unfortunately, we have an election commission which is gaining more ground. But what it has not gained is the fact that what money is spent in terms of the entire party is not added on to the constituency limitations that we have. And therefore, we still have to catch up with this election law in terms of spending money. So social media is very attractive to corporates because this is one good way in which they can pump money and then get their returns out. The other thing in terms of abuse, just go into the special rapporteurs on Freedom of Association and Assembly, Maynaki has a lovely website, and go to this Indian portion that I said and see the abuse today. Just go today. And you will see how my vulgar comments. And that is what takes place. The amount of violence that can generate. And this is on the special rapporteurs' website. Kennen wir auch aus der Flüchtlingsdebatte diese Problematik. Und ja, ich würde jetzt, bevor der Schluss kommt, gibt es noch die Möglichkeit, ich würde mal sagen, für zwei Fragen, wer noch dringend etwas auf der Seele hat, Ilanka Bolze. Und ja, die Seite habe ich hier noch gar nicht und Sie. Also erst, Frau Bolze. Dankeschön. Ja, meine Frage ist, Sie haben einen schönen Einstieg gewählt. Es ist nicht mehr Rule of Law, sondern Rule by Law. Und wenn Rule by Law so wichtig ist, muss man da nicht auch bei denselben Waffen ansetzen. Und mein Punkt ist das Thema Freedom of Assembly und Freedom of Association, das sind ziemlich alte Rechtsgrundlagen im internationalen Recht, die auch eine gewichtige Grundlage spielen für das Verfassungsrecht für viele Länder oder auch für regionale Rechtsregime. Aber die sind ziemlich alt. Und auch damals haben die schon darauf verwiesen, dass es einen Zusammenhang zum Thema innere Sicherheit gibt. Also zumindest in der Universal Declaration und auch im Zivilpakt ist das klar schon eingebettet, dass es da Einschränkungen geben darf. Und es ist doch interessant, dass es in der Terrorgesetzgebung sich wahnsinnig viel tut. Es tut sich viel im Bereich Data Retention. Also wie kann man noch mehr Daten sammeln? Aber es tut sich doch eigentlich ziemlich wenig zu dem Thema Freedom of Assembly und Freedom of Association. Reicht das, was der Minor-Quaida macht? Oder brauchte man eigentlich eher so eine Art von internationalem Rechtskommentar, um das, was schon existiert im internationalen Recht, unter neuem Licht, unter den jetzigen Gegebenheiten nochmal anders zu interpretieren und sozusagen NGOs eine Argumentationshilfe zu geben? Danke. Meine Frage richtete sich an Frau Göbel. Meiner Einschätzung nach oder das, was ich so gehört habe, klang das nach relativ weichen Maßnahmen, die Sie angesprochen haben. Vielleicht täuscht mich der Eindruck, da würde ich Sie sehr gerne sehr bitten darum, uns zu erklären, welche Maßnahmen ergriffen werden oder wie sich die Maßnahmen darstellen, um dem nachzugehen. Wenn Sie was feststellen und das zu beprüfen. Danke. Ich denke, wir kommen, Sie sind auch erschöpft und wir kommen jetzt zum Schluss. Aber natürlich erst mal müssen die Fragen beantwortet werden und dann kommen wir zur Schlussrunde. Ich denke, die Frage, die Frau Bolze gestellt hat zum internationalen Regelwerk, ich bin mir nicht sicher, Margret, möchtest du das beantworten? Brauche es mehr rechtliche Unterfütterung dieses Rechts auf Versammlung und Vereinigungsfreiheit? So habe ich die Frage verstanden. If you must have noticed that the Special Rapporteur is elaborating and expanding on the international standards, everything is not static in international law. It also grows, the law grows as the situation changes. But as you know that when they talk about freedom of assembly, for example, the limitations must also be stipulated by law. They must be stipulated by law. But these people use the law in their own way for a bad purpose, for cracking on rights. So I agree with you that all the time we must be able to elaborate more. It's rather not making new laws, but it's more of expanding and elaborating on what we actually mean and what the circumstances demand as we go by expanding on our international law. Henry, you want to say something about it? I think very fast, many of these countries which are actually using the law are also the countries which are also aspiring for higher positions in the United Nations. You understand what I'm saying? So, and at the same time they do not want to adhere to UN standards at all. So on one side is the aspiration and on the other side is the refusal to comply to even minimum standards that are already set there. And I think countries which support such countries and if Germany is wanting to support such countries, I think Germany has a duty to also ensure that these countries which want high positions but do not perform their role within are told that your aspirations are wrong. And if you want to help them in those aspirations, you have to help them in ensuring that basic UN standards which are set are adhered to. That is the problem. They refuse to do that. And reprisals of a variety of nature are taking place even if you speak in the United Nations. I think the problem for many of us is speaking outside is very dangerous because there are going to be reprisals. Speaking also in the UPR is going to be dangerous. We are in the third UPR. We don't know how many of us are going to pay a price for participating in the third UPR. So that is the situation. Yeah, also Kenya, maybe I'll switch back to English now. I think Kenya has really recently shown the world what is possible to do in order to turn back international law, to turn back international justice. So I think it's very important what the previous speakers are saying about countries being held to account. Kenya was one of the first signatories of the Rome Statute. It was a very strong promoter of the Rome Statute. But now it's become a country which has basically dealt the international criminal court a blow which we hope is not fatal. But definitely it's a very, very significant blow. So it's extremely important. When countries sign international treaties, we as their citizens have a right to expect that they are going to adhere to those treaties to respect them, to promote them, to strengthen them. This is not what has happened in our case. So I think it's extremely important that they're not allowed to get away with this by being rewarded with positions etc. in international bodies. Thank you. Frau Göbel, jetzt die Frage an Sie konkret. Ich wollte auf die Frage eingehen. Also wir gehen diesen Maßnahmen schon nach. Wir sprechen ja auch Einzelfälle an mit sozusagen Ländern weltweit. Also das sind keine Einmalmaßnahmen, sondern das sind Dinge, die wir dann oft über Jahre hinweg verfolgen, die manchmal Erfolg haben. Bei anderen muss man weiterarbeiten. Ich wollte ein anderes Beispiel für nachgehen erwähnen. Sie sprachen ja auch diese Reprisals, also die Repressionen, Repressalien an, die auch in den VN-Gremien vor sich gehen. Deutschland hatte ja mit Botschafter Rücker letztes Jahr den Vorsitz im VN-Menschenrechtsrat und dem zentralen Gremium der VN für Menschenrechte. Und da ist er sozusagen sehr konsequent gegen Repressalien vorgegangen. Er hat das angesprochen mit den Regierungen. Er hat das dokumentiert. Er hat das nach New York geschickt. Das ist sozusagen im Nachhinein auch gewürdigt worden. Also weil wir natürlich auch im VN-Rahmen uns schon über viele Jahre auch für den Zugang der Zivilgesellschaft zu den VN-Gremien einsetzen. Also auch da sind wir dem ganz konsequent nachgegangen. Und das ist jetzt auch keine neue Politik, sondern ist etwas, was diese Bundesregierung und auch die letzten Bundesregierungen verfolgt haben. Also ich glaube, bei vielen Fällen braucht man eben einfach einen langen Atem. Und nicht alles ist natürlich öffentlich. Vieles geschieht auch in der verschlossenen Türen. Da haben NGOs natürlich eine andere Rolle als eine Regierung, die eben wirklich verschiedene Maßnahmen nutzt. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Auch die EU führt ja Menschenrechtsdialoge. Die EU greift Menschenrechtsprobleme auf lokaler Ebene auf. Auch da stützt man sich ja wiederum auf die Informationen, die aus den Mitgliedstaaten da sind, auf die Informationen aus dem Vereinssystem. Das heißt, ich glaube, wir haben wirklich viele Instrumente, um einfach an den Problemen dran zu bleiben. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt alle so teilen auf dem Podium, aber sie werden jetzt auch Möglichkeiten zur Schlussrunde haben. Margret, glaube ich, möchte anfangen. Du möchtest nochmal ein Zitat geben. Und dann würde ich alle nochmal bitten zu sagen, ihr seid weit gereist. Teilweise, na gut, Emin jetzt nicht so, aber sonst. und wir haben hier die deutsche Zivilgesellschaft ja sitzen und vielleicht habt ihr nochmal zum Schluss einfach eine Bitte, Forderung an die hier sitzende Zivilgesellschaft. Margret, aber du möchtest gerne anfangen. Yes. I just wanted to quote to you Ban Ki-moon's quotation where he said people and civil society groups often risk their lives to improve the lives of others. They speak out even when knowing they could be silenced forever. They highlight problems that others ignore or might not even know exist. They protect our rights. they deserve their rights. Human rights defenders deserve rights. That's my message for you from Ban Ki-moon. Thank you. Vielen Dank. Emin, was forderst du von uns? Wie wachsam sollen wir sein? Was sollen wir tun? Well, also als ich, es war ein Zufall, dass MedanTV in Berlin angefangen ist, aber ich glaube, das, was wir in Berlin, diese Unterstützung von Zivilgesellschaft in Berlin gesehen haben. Ich weiß nicht, ob man das in Paris, London oder Prag genauso haben würde. Wir hatten hier überhaupt kein Büro, kein Studio und ein NGO hat uns einen Keller ohne Geld for free gegeben und so hat MedanTV angefangen. Wir haben angefangen aus diesem Keller diese Debatten zu haben und Reportagen aus Baku bekommen und wir haben diese Unterstützung auch auf verschiedenen menschlichen Ebenen gesehen, auch Organisationen. Wir hatten immer diese moralische und auch politische Unterstützung von Zivilgesellschaft in Deutschland und ich möchte mich bei der Zivilgesellschaft in Deutschland nur bedanken. Weiter so. Vielen Dank. Henry. Okay, wir let me also thank the Green Party in Germany for the stand it has boldly taken in the European Union on supporting resolutions on caste based discrimination within the European Union. But that is not enough. We have the International Dalit Solidarity Network which has applied for recognition as a civil society organization for EcoSoc status. The application is pending in New York not one year not three years not seven years for the past nine years. This is the Guinness record with 75 questions raised to this organization from one member country. One member country and you know who it is. One member country. If you see my finger you will be able to see which country it is. This is how the language used to be in the United Nations earlier. Don't mention the country. How can it be justified? I think the European Union has to break this. And Germany and civil society in Germany and the solidarity network I see them present here have to also put support to see that this is broken. How can we aspire for very great things in the United Nations when we demand something and I hope the German government will put adequate pressure on the European Union because Greece is a member of the committee of NGOs. Thank you. Well, I don't really have a particular demand or thanks. I think a message. What's important is I've found is the work that we're able to do across borders despite all this demonization of people working with organizations in other countries or in the West. That's really not important. Where we've really done well is where we've been able to share our strength in developing positions, in pushing forward work. For example, we've talked about the use of counterterrorism regulations against NGOs. There's a global network of civil society organizations that are working and have, I think, been recently quite successful working to change the views of the financial action task force on the language used in terms of recommendations around regulating civil society. So I think the important thing is that we continue that work, we deepen it, we broaden it, all around the world and don't make any apologies for working with people from other countries. That's ludicrous, really. Why should we allow ourselves to be, you know, to be confined to one small space when the world is growing smaller and smaller. Thank you. Thank you. Frau Göbel, ich weiß jetzt nicht, ob Sie eine Message an die Zivilgesellschaft haben, aber vielleicht können Sie sagen, was ist der Punkt, den Sie vielleicht mit zurücknehmen und mit Ihren Kollegen besprechen wollen und vielleicht da noch ein bisschen konkreter werden und direkter bei den, da gerade gefragt wurde. Ich glaube, es ist einfach eine Bestätigung dafür, dass sozusagen das Thema Zivilgesellschaft uns weiterhin Beschäftigten beschäftigen wird. Auch der Punkt in den Vereinten Nationen, Zugang von Nichtregierungsorganisationen ist ein ganz wichtiges Thema, da werden wir uns natürlich weiter für einsetzen, das machen wir, das werden wir auch weiter tun. Im Übrigen fand ich ganz interessant, weil es auch eine Diskussion, die wir im letzten Jahr mit Botschafterinnen und Botschaftern hatten, auf der Botschafterkonferenz, wo wir uns intensiv über die Menschenrechtspolitik ausgetauscht haben, nämlich dass sozusagen der Wandel im Grunde genommen aus dem Land auch selbst kommen muss, also sozusagen, dass es Zivilgesellschaft im Land geben muss, die sich einander verstärkt, weil darauf können wir dann, da können wir dann ansetzen, auch international mit Unterstützung, also das war jedenfalls auch so eine Schlussfolgerung, die wir gezogen haben und ich fand das interessant, dass das hier auch bestätigt wurde, dass sozusagen wir Anknüpfungspunkte brauchen, um das dann zu verstärken durch internationale Unterstützung. Ja, vielen Dank, ist ganz schwierig dann für so Länder wie Aserbaidschan, wo nichts mehr aktiv sein kann, aber trotzdem ein ganz wichtiger Punkt fand ich, vielen Dank dafür, also mir bleibt jetzt nur mich zu bedanken, ganz, ganz herzlich erstmal bei Ihnen fürs Zuhören und auch sich beteiligen, an die Dolmetscher großen Dank, die sehr flexibel mit den Sprachen umgehen mussten, vielen Dank dafür und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an unsere tollen Experten hier auf dem Panel, die wirklich viel Expertise aus ihren Ländern einbringen konnten und ich finde, wir haben wirklich geschafft, sozusagen wenigstens in diesen drei Ländern aus drei Kontinenten zu zeigen, wie die Situation ist und dabei auch einen Bezug auf die globale Ebene zu bringen und ja, ich hoffe, wir arbeiten alle an dem Thema weiter, um die Handlungsräume für Zivilgesellschaft hier, dort, im Süden, im Norden, Ost, West auch zu erhalten und wieder auch zu erweitern. Vielen Dank und ganz herzlichen Dank noch an die Organisatorinnen, es war wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit mit Annika Becher von Amnesty, Jana Prosinger und Christine Meisler von Brot für die Welt. Vielen Dank. Did I forget someone? And the live screening. Ah, und das Live-Screening kommt noch von Henry. Vielen Dank. Vielen Dank.